willkommen zum finalen part von the query und wir haben alle schon sehr lange darauf gewartet ich bin ja der meinung also ist es kann absolut mit until dawn mithalten ich bin sehr gespannt ich glaube in diesem part werden viele leute hoffentlich überleben ich glaube jetzt geht es nämlich wirklich zur sache meine community sagt euch wie immer zuckersüß hallo kommt gerne auf www.twitch.tv live vorbei über ein abo würde ich mich sehr freuen wir haben fast 400.000 das macht mich sehr glücklich und schreibt gerne rein wie ihr euch entschieden habt und noch eine kleine sache die mir sehr am herzen liegt ich habe ein buch rausgebracht das könnt ihr jetzt vorbestellen das kommt im juli ein sehr emotionales buch für mich sind sehr viele dinge drin von denen ich noch nie erzählt habe auch meinen besten freunden nicht den habe ich extra nachdem das buch live gegangen ist davon erzählt ich möchte mit dem buch einfach einfach aus vielen vielen negativen dingen etwas positives machen wenn ich nur einer person damit helfen konnte hat sich gelohnt und ich bin sehr nervös ich bin sehr nervös deswegen könnte jetzt vorbestellen link in der beschreibung und dann fangen wir einmal an so bewege dich genauso ok was geht bei nick so besser das ist so traurig ich glaube dass das nicht gut ist ich weiß nicht ob nick überlebt weil wir hätten ich weiß nicht ob wir die möglichkeit hatten das ein abzumachen ich glaube aber nicht und ich glaube auch nicht dass wir verhindern könnten oder konnten dass er sich verletzt ich glaube das hätten wir nicht verhindern können ich glaube wir hätten zu ihm hingehen können sehr für die bindung vielleicht noch besser gewesen aber ich glaube verhindern hätte es nicht können okay jetzt wohl es kaleb frau gute frage wo ist der sohn ein neues stück geschichte des camps darauf ist rein noch jünger und amüsiert sich mit chris hackett's kindern kaleb und kylie kylie sehr tot der mit totem pool gefunden das heißt wo ist er vielleicht ist er die leiche im wasser eine sehr sehr gute frage aber die grafik ist einfach unfassbar gut also ich bin so begeistert kann ich mich da drin verstecken die hexe unheimliche zeichnung unter dem fund sachen befindet sich eine grobe skizze eine frau im wald diese geister geschichten scheinen ihre wirkung nicht verfehlt zu haben ist wahrscheinlich die die uns die ganze zeit auch ruft anders hier vor nur zwölf stunden ich glaube tatsächlich dass die das capture model also das aussehen von der abby ist von einer tiktokerin ich habe gestern mal gesagt er hat irgendwas seltsames krass wie er voll ausgeflippt ist im wasser ja er war wie ein fisch auf dem trockenen nicht schon wisst ihr das war seltsam als ich die bunten versorgt habe bei der lodge inwiefern denn er war ja echt voller blut aber ich habe keinen bis gesehen oder schramm gar nichts er hat sich immer bewegt als ob er nicht wollte dass ich sehe wie schlimm es ist kein schaum vom mund das sieht er vielleicht anders stimmt und ist angst vor wasser nicht ein tollwut symptom hydrophobie ja aber bei tollwut geht es wohl um die angst vorm trinken nicht vorm nass werden das hier war wie eine katze beim baden ja ich hätte so angst aggressiv ich weiß nicht was es werden soll ruhig ich möchte unsere gemeinsame zeit ich bin nett bitte ich sag's mir ich fand unsere gemeinsame zeit hier sehr schön das ist so ein so ein ist so was so ein schlag ins gesicht er wird richtig aggressiv warum hast du mich abby wisst ihr noch dass unser kopf abgeschlagen werden kann das tue ich nicht du bist anders mitfühlend ich weiß nicht ob wir jetzt lieber aggressiv sein sollen oder nicht weil wir hatten ja die vorahnung dass er uns den kopf abgeschlagen hat ich weiß nicht ob es gut ist wenn wir jetzt panik schieben oder wenn wir einfach ruhig und nett sind ich würde eher mal mitfühlend machen irgendwie angst ich will nicht sterben das tue ich nicht doch doch es stimmt du kannst mich nicht leiden oder wovon sprichst du nicht glaubt ihr nicht ich sage dir die wahrheit schön weil wir ihn zurückgelassen haben ich hätte es wissen müssen was du bist wirklich nicht die hellste was dummerchen abby starb leichte beute mein opferlamm das bist nicht du das das bist nicht du ich krasser scheiß der haut miche folge in die wand dass ich überhaupt noch aufstehen kann oh nein scheiße wir haben es falsch gemacht ich will leben ich will leben aber nicht erschießen nein zieh dich um was soll ich tun ich will ihn nicht umbringen ich will nicht töten ich will nicht töten bring ihn um die komite sagt bring ihn um ich glaube dass ich wenn ich ihn jetzt töte ist er tot ich glaube wir können jetzt beruhigt euch mal ich glaube wir können eine andere möglichkeit finden das hier zu lösen liebe Gnus es ist nicht immer die kommt es ist nicht immer wir müssen nicht immer mit gewalt lösen ich glaube dass ich mich umgucken kann aber die zeit vergeht so schnell oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott es gibt nichts anderes zu tun kann ich schießen das hätte ihm wahrscheinlich nichts ausgemacht ne lauf doch lauf lauf nein 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 okay jetzt nicht oh nein ich glaube es hat schon wieder gespeichert ne nein verdammt nein wir können es nicht ändern nein 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 ich habe den wirklich gewinnt ich habe den wirklich gewinnt aber hey die frisur sitzt beziehungskrise Abigail ist gestorben möchtest du versuchen sie zu retten du hast noch drei leben ein leben benutzen ja ich will ein leben benutzen ein leben benutzen ach stimmt da gab es ja was ich habe drei leben schau mal das spiel möchte auch nicht dass sie stirbt und ich habe bis jetzt überhaupt kein leben verschwendet ich möchte ein leben benutzen ja 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 das war jetzt zu brutal das hätte ich jetzt nicht akzeptiert das war mir jetzt das ist nicht cheaten nein das ist absolut gerechtfertigt aber nichts machen krasser scheiß krasser scheiß keiner hilft mir was ist wenn ich auf das ding hier unten schieße kann ich gar nicht ne ich schieße jetzt komplett auf seinen schenken krass 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 okay gut das andere hätte ich echt zu krass gefunden muss ich ehrlich sagen okay noch mal glück gehabt nee ich glaube ihn kann man nicht retten also eine gewisse storyline gibt es schon ich glaube man kann auch nicht verhindern dass er sich infiziert schade eigentlich wäre aber cool wenn es eine möglichkeit geben wird ihn wieder zu retten okay wenn ich als campbetreuer in der nebensaison am lagerfeuer feiern würde es zu regnen beginnt und hier monster wären ginge ich ach man kann ihn retten interessant man kann nicht retten in die lodge dann müsst ihr es spielen dann könnt ihr ihn retten so sie lebt ja ja wir haben überlebt da möchte ich aber auch noch credits für das habe ich gut gemacht die lebt die habe ich gerettet nur eins übrig weg aktualisiert weil ich etwas aufgehoben habe ich schaue mich immer ganz gerne besser um weil wie wir wissen kann da oft auch noch die belöhnchen zum beispiel alles nichts geworden unsere unsere fancy nacht sogar zeltchen haben wir aufgebaut wie aufwendig es wurde alles nichts zelt hier mit nichts drin ein brief reines gruselmärchen ich wusste gar nicht dass sie den kids solche angst machen als betreuer haben wir voll versagt hinweis entdeckt dieses kind hat offenbar seine meinung geändert und den brief nicht abgeschickt gruselstorys sind eben einfach nur erfunden darf ich dir auch mal lesen liebe mama das camp ist echt super und mr hackett bringt uns total viel über die natur bei und wie man sich im wald sicher wie man im wald sicher ist mein freund josh sagt er hat im wald den geist einer frau gesehen ich glaube er hat sich aber nur aus ausgedacht weil er mir angst machen will hat trotzdem ein bild von ihr gemalt sie sieht echt wütend aus aber ich glaube manchmal benehmen menschen sich nur wütend weil sie traurig sind morgen geht es zum segeln auf see ich freue mich schon voll liebe grüße von roven okay das arme kind hat die halt wirklich gesehen bildet sich ein dass es nicht so ist ich gucke auch immer ob es hier diese tarot karten gibt leute sind auch sehr sehr wichtig ich hätte sie im gestern das bein amputieren können im nick aber wie ich habe ja nicht mehr die option bekommen wir können es ja noch mal durchspielen dass alle überleben und einmal dass alle sterben viele optionen beziehung der tarot karte in einem ok also die hat ja sowieso die ist ja eigentlich die mutigste von allen und wahrscheinlich auch die lebensmütigste warum alles filmt aber mein akku mir viel zu schade oh nein nicht schon wieder lass mich in ruhe bitte hier ist es nicht sicher ja ist halt die frage gehen wir hoch oder gehen wir da lang mein feeling sagt mir da lang okay ach mit 28 prozent ist der akku voll genau stimmt ich habe in dem spiel gelernt nicht dahin zu gehen nicht dahin zu gehen von wo man angeschaut wird weil da passieren wirklich dinge deswegen läuft man einfach weiter und ignoriert ganz naiv was hinter einem abgeht das ist ja für mich der albtraum irgendwo in einem kacken wald lass mich nein ich möchte nicht bin ich vielleicht den falschen weg gegangen ich gehe mal hier lang leave me alone please ist hier irgendwas kann man sich hier nicht einfach verstecken pardon ist hier nicht irgendeine tarot karte oh dreh deinen kopf doch nicht so rum ey eigentlich kann dir doch gar nichts passieren die kann doch ihren kopf um 180 grad drehen guck schon sehr beachtlich ich glaube es ist auch wichtig ob ich links oder rechts gehe oder so Slenderman bist du es? Slenderman are you here? oh da vorne ist die Lodge oh nein jetzt kommt bestimmt Nick ist das Nick? ich hab das noch nie gemacht wach der Nick beobachtet uns wahrscheinlich oder? oh oh zieht er auf mich ne? ich lauf mal nicht weg weil wenn ich weglaufe ist das andere scharfe auf mich was? ah? hey stopp wehe dich nicht los die spritze bist du gebissen? ah? woher soll ich das wissen? ich weiß nicht lass mich mal sehen nein lass deine finger von mir oh oh wir haben uns die karten gesagt die karten haben gesagt wir müssen uns helfen lassen ohne uns also aber nur wenn wir es zulassen und die sind ja eigentlich nicht böse oh bin ich ein Arsch oh ich bin so ein Arsch mach doch die Türen hinter dir zu sieht aus wie bei Antledorm 1 ist das vielleicht die Lodge? ne? die war ja genau so aus ja sie konnte es ja nicht besser wissen das muss man schon ehrlich sagen auch das Auto von denen die das erste mal gekommen sind wisst ihr noch? die Aufpasser oh das ist unseres sag dich dass da hinten jetzt was sitzt oh je jetzt hätten wir ihn doch retten können er ist tot er hat uns alle voll mit Blut gemacht beruhigend ängstlich er wollte dir wehtun das war reine Notwehr das kann das kann man nicht wissen doch wir wissen es ich schon nein nein doch du oder er und das das war definitiv nicht er Mann was für ein Scheiß hey oh shit wo verdammt ist Chris Hackett? ängstlich ach das ist die ach das ist doch die äh aufpasserin misstrauisch wer ist da? ich brauche Hilfe bitte das ist doch die vom Anfang wer bist du? ich heiße Laura Kearney und jetzt lass mich rein hier ist es gefährlich ja stimmt ne ihre Frau erschießt da nämlich Menschen das sind keine Menschen ach verdammt du Laura Kearney du bist Laura Kearney? ja äh du warst doch vorgesehen für äh es war die Krankenstation stimmt das? du bist nur nie aufgetaucht äh du und dieser wie hieß er? Max ja 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 genau äh Mr Hackett sagte ihr hättet kurzfristig abgesagt äh ich glaube wir ich glaube wir sollten ihr zuhören hier dran Moment mal können diese Viecher wie die Vendigos aus Until Dawn 1 Stimmen imitieren? Question Mark das könnte eine sehr entscheidende Frage sein wenn ich nämlich jetzt die Türe öffne und da ist keine Jessica da dann sind wir am Arsch ich gehe aber mal davon aus da die Vendigos durch ein Biss sich jetzt nicht weiter übertragen haben dass sie das nicht nochmal machen würden ich lass sie jetzt rein ich traue ihr nicht ich öffne die Tür wir haben ja noch ein Leben was wir enden können ok ich öffne jetzt die Tür langsam nimm die Hände hoch ok ok oh je kein Auge mehr ich hab die Taro Karte mitgebracht da sind wir wieder nur du und ich wieso betrachten wir nicht nochmal deinen Fund und Gerechtigkeit Gerechtigkeit Auge um Auge nicht ganz wörtlich sondern oft im Sinne von Taten und Konsequenzen alles muss im Gleichgewicht sein und wir alle müssen dafür sorgen dass die Waage nicht kippt nun sag mir wünschst du einen tieferen Einblick in eine der möglichen Zukunft ich hab ja nur eine mehr sehen oh Gott hier schießt ihn aber warum dann los mit dir hopp hopp einer hat's schon erwischt ist das nicht furchtbar aufregend nein für mich nicht für mich ist absoluter Druck oh nein es war der ähm Kapitel 6 die Vergangenheit hinter uns äh was war mit euch los wo wart ihr die ganzen Ferien ihn hat sie erschossen wir waren hier die Nacht vorher das war unser Fehler was die 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 sie Oh je, das ist ihr Freund. Rufen. Oh je, der verwandelt sich jetzt. Oh je, der verwandelt sich jetzt. Oh je, der hat sich jetzt verwandelt, wie eklig. Verdammte Kids. Was ist mit Max? Sei still. Das hier ist eine Vernehmung. Ich frag, du antwortest. Name. Laura Kearney. Mit wem bist du unterwegs? Und wie steht ihr zueinander? Max Brinley. Er ist mein Freund. Wohin wolltet ihr gestern? Zum Hackett's Quarry Summer Camp. Das wissen sie doch. Was ist mit Max passiert? Nein. Ich frag, du antwortest. So läuft das hier. Last of Us Musik. Ich will ihm entgegenkommen, weil er hätte uns ja wirklich das Leben gerettet. Wir sind ja nur wegen mir. Ah. Warum wolltet ihr Zagett's Quarry? Max und ich sind dort Betreuer. Ach Bullshit. Die Betreuer kommen erst heute. Wie gesagt, wir kamen eben zu früh an. Wir wollten einfach schon zum Camp. Warum nicht ins Motel, wie ich sagte? Ja, wir waren doch deutlich näher am Camp und pleite. Wie ist der Name? Sheriff Northkill. Okay Sheriff. Hackett. Was? Hackett wie Chris Hackett? Darum geht's jetzt nicht. Was zum Teufel ist hier los, Mann? Das ist der Bruder, oder? Du hast keine Ahnung, was hier los ist. Nicht die geringste. Ihr steckt in erstklassiger kosmischer Wir-bringen-uns-jetzt-um-Super-Premium-Scheiße-Lady. Der einzige Ausweg? Halt deinen Mund und tu, was ich dir sage. Verstehst du das? Bitte. Können Sie aufhören, mich anzuschüchtern? Und mir endlich verraten, was los ist. Lebt... Lebt Max denn noch? Nein. Ich verliere noch den Verstand! Was? Ne Max hat sich verwandelt. Gehen wir. Gehen wir. Hey! Sieh! Arschloch! Ach, er hat sich doch nicht verwandelt. Sagen wir uns endlich, was hier vor sich geht! Dann hat sich jemand anderes verwandelt. Hä? Hä? Oder sagt bloß, er kann die Gestalt wieder von normalen Menschen annehmen? Der hat sich doch 100 pro verwandelt oder war das jemand anderes? Hack, was sagt bloß? Der wird immer nachts zum Tier. Oh, das würde ja das ganze Konzept umstülpen. Dann könnte ja sein, dass Chris Hackett auch so ein Werwolf ist, der sich nachts verwandelt. Max! Alles okay? Ja. Ich bin noch leicht benommen, aber... Er hat sich 100 pro verwandelt. Sonst geht es mir gut, glaube ich. Laura? Ja? Warum bin ich nackt? Was? Du hast in der Unterhose an. Erst werden wir angegriffen. Dann wache ich in eine Gefängniszelle auf, du bist weg und dann tauchst du wieder auf und ich bin völlig nackt, überall ist Blut und anderes Zeug. Ich meine, was ist nur passiert? Hm... Dann verwandeln wir uns wahrscheinlich immer nur zu Vollmond, aber ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt so zu 100% dieses Werwolf-Konzept übernehmen. Ich hatte gehofft, du wüsstest es. Ja, der Sheriff wollte unbedingt ein Geständnis von mir, aber ich wusste ja noch nicht einmal, was genau ich gestehen sollte. Oh Gott! Was hat er benutzt, um dich zu zwingen? Eine Zange? Ein Schwert? Ein Locher? Achso, ist er nicht nackt, weil ich Streamer-Modus anhabe? Das ist ja lustig. Er hat mich nicht gefoltert. Für wen hält dieser Kerl sich? Für den Sheriff von Northkill, schätze ich. Northkill? Ja. Max! Was? Hast du mal auf die Karte geschaut? Hackett's Quarry in Northkill, so heißt das. Ach. Es kommt noch besser. Der Name auf seiner Marke ist... Er ist 100% auch ein Werwolf. Deswegen hat er auch die Kratzer am Hals und hat sich deswegen nicht infiziert. Und die... Also 100% ist er auch einer. Anziehen. Ganz sicher. Was ist denn das? Damit gewinne ich garantiert keinen Preis bei der Fashion Weeks. So viel ist sicher. Hey. Habe ich euch erlaubt zu reden? Entgegenkommen. Schon gut, Sir. Wir sind still. Ach ja? Max? Hey, wo ist meine echte Freundin? Shit. Wie teuer das ist? Die müssen ja jedes Mal... Also dann würde ich aber bevor Vollmode ist eh schon nackt sein. Damit hat der Kopf nicht gerechnet. Das ist schon mal gut. Na schön. Die Hände her. Na mach. Ist ja wie in Twilight, wo der die ganze Zeit seine Hemden zerreißt. Okay. Gehen wir. Ich gehe nirgendwo hin. Befragen Sie mich hier. Komm schon. Hey. Hey. Hände weg, Mann. Na los. Komm. Besser. Ich glaube der Kopf ist gut. Okay. Der wollte... Okay. Hör auf jetzt. Und wollte uns einfach nur retten. Und wir haben es nicht gemacht. Max, bleib ruhig. Du machst es nur schlimmer. Laura. Wir hätten auf den hören sollen, dann würden wir leben. Ich glaube, dass der gut ist. Was haben Sie hier angetan? Sei still. Okay. Okay. Denk, Laura, denk. Hier gibt es bestimmt irgendwas nützliches. Oh, einiges sogar. Was steht hier? Team Edward. Weht der Wind in Northkill immer rauer, weint die Hexe im Wald vor Trauer. Allein stirbt die Beute der wölfischen Meute und der Sheriff liegt stets auf der Lauer. Sheriff Hackett scheint nicht sonderlich beliebt zu sein. Vielleicht ist das nicht das erste Mal, dass er jemanden widerrechtlich einsperrt. Was ist das? Was ist das? Ich habe keine Chance. Ich brauche so eine Art Hebel. Würde ich überhaupt nie Attention drauflegen. Ach, wenn man vom Teufel spricht. Könnte gehen. Ja, das müsste reichen. Ja. Hm. Wer sagt, dass da aber was drin ist? Äh. Wie verhandeln wir das aus? Du kannst nicht mit mir verhandeln. Bitte! Bitte! Hey, sie können uns nicht hier lassen! Hey! Komm zurück! Fuck! Verdammter Scheißwichser! Alles okay? Ist nur der Fuß. Halb so schlimm. Ich meinte das Verhör gerade. Oh. Ja. Niemand schafft Max. Versuchen viele, schafft niemand. Ich meine es ernst, Max. Er, äh, er hat viele Fragen gestellt. Einige äußerst spezifische Fragen über uns und wohin wir wollten, wie ich mich heute Morgen gefühlt habe und... Ich weiß nicht. Meine Antworten haben ihm wohl nicht gefallen. Er fragte, wie du dich fühlst? Ja. Hat er dich nicht gefragt? Nein. Mhm. 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 Pisswixer? Nein, Hackett. Sheriff Hackett. Vielleicht ein Verwandter von Chris Hackett? Oh mein Gott, nicht der Chris Hackett. Doch. Wer ist der Chris Hackett? Dieser Campleiter Mr. Hackett von Hackett's Quarry. Klingelt's da? Oh Mann. Letzte Nacht fühlt sich surreal an. Und was heißt das für uns, genau? Was sagt uns das? Meinst du, es ist so ein irrer Camp-Betreuer-Entführungsring? Das... Ich mein... Was? Mhm. Misstrauisch, ein Plan steckt dahinter. Nachsinnend. Er wirkt nicht wie ein Captain. Ich finde, er wirkt nicht wie ein Kidnapper. Na gut, Sheriff Hackett wirkt jetzt vielleicht nicht wie ein typischer Kidnapper, aber... Wie ein Polizist benimmt er sich auch nicht. Was weißt du, wie Kidnapper wirken? Ich will uns einfach nur hier rausbringen. Und dafür muss ich kapieren, was hier eigentlich gespielt wird, verdammt nochmal. Ich weiß nicht was, wenn wir es nicht verstehen. Was? Wir müssen. Manchmal gibt es halt keinen Sinn. Was dann? Wir sitzen im Nirgendwo hinter Gittern, bis wir verrotten. So weit wird's nicht kommen, Max. Er kann uns nicht ewig festhalten. Er scheint das anders zu sehen. Du musst positiv denken. Niemals aufgeben. Warum? Wir könnten realistisch sein. Nein, verdammt! Denk doch an den Rest des Sommers, Max. Und Uni. Ich mein, ich will Tierärztin werden, seit ich denken kann. Das lasse ich mir nicht von diesem verdammten Pisser nehmen. Wir sind bald draußen. Ich studiere Tiermedizin und du... wirst dann... Was? Ich werde was? Hat er das, die Uni nicht geschafft? Ich weiß von dem Brief, Max. Worüber redest du? Das Absageschreiben der Uni. Es lag bei deinem Zeug. Was wolltest du an meiner Tasche? Warum hast du mir nichts gesagt? Ich... hab mich geschämt. Aber... Dein Abschluss ist gut und dann erst ein Essay. Ja, anscheinend nicht gut genug. Fuck! Wir hatten doch Pläne. Was soll das? Ich weiß nicht. Was soll ich dazu sagen? Man studiert halt nicht. Ist nicht schlimm. Vielleicht sorry, dass ich dich angelogen habe. Tut mir leid, Max. Ich bin mal... Also... Ja, klar, er will ja studieren, weil er vielleicht irgendeinen Traumjob hat. Aber es ist auch kein Beinbruch, weil man es nicht schafft und eine Ausbildung macht. Deswegen ist man kein schlechterer Mensch. Tut mir leid, Max, dass... Ist voll scheiße. Ja, wir sind nett. Ich bin eh schon schwer genug. Hey, es gibt aber Schlimmeres diesen Sommer. Tut mir leid. Süß. Ich hätte es sagen sollen. Du weißt, du kannst mit mir über alles reden, ja? Ja. Guck mal. Guck. Du weißt es mit Gefühl zu schätzen. Süß. Okay, lass uns einfach gucken, dass wir hier rauskommen. Toll. Bin dabei. Wir müssen alles nochmal durchgehen von vorn. Seit wir losgefahren sind? Seit wir dem Cop begegnet sind. Also nach dem Unfall mit dem... ...was immer das auch war. Ja. Genau. Ja, da wurde der Scheiß hier voll schräg. Der Typ reagierte super schräg, als wir von der Sache erzählten. Erinnerst du dich? Als hätte er es schon gewusst oder so. Ja. Ja, das war richtig komisch. Was, wenn er gar kein echter Cop ist? Er hat Dreck am Stecken, aber... Ich glaube, er ist echt ein Cop. Das ist eine Polizeiwache. Sicher, ja, aber... Sonst ist hier keiner in Sicht. Ja, das ist verdächtig. Und dann auch noch dieses Hackett-Hackett-Ding. Gehen wir davon aus, dass sie beide drinstecken. Also wir sollten Chris Hackett hier am Camp treffen. Aber da... ...ist kein Mensch. Wir werden attackiert... ...von einem Ding... ...und dann taucht der Cop auf. Das ist alles verschwommen. Ich weiß noch... ...von der Treppe und... ...dem Geruch von nassem Fell und einem... ...Halsband mit dem Namen Ian drauf. Ian? Ian. Stimmt, da war ein Name drauf. Ich glaube nicht an eine Hundeattacke. Was immer es war, es war... ...groß. Groß wie ein Mensch. Ja, es hat dich wirklich ordentlich erwischt. Eigentlich müsstest du sehr viel schlimmer dran sein. Ich hab das Ding seine Zähne in dich reinrammen sehen. Was ich seltsam finde ist... ...Lora, ich hab nicht einen Kratzer. Was? Hey. Okay, andere Frage. Erinnere dich mal. Vor diesem Chaos. Deinem Chaos. Schön. Ja. Davor hab ich doch gesagt... Wow, sieh dir den Mond an. Riesig, so cool. Richtig Vollmond mitten im Wald. Und du meintest dann so... Ja, kein Scheiß, Max. Das passiert einmal im Monat. Deswegen ist nämlich auch die Tochter tot in dem Pool gewesen... ...von dem Chris Hackett, weil die auch ein Werwolf war... ...und sie hat die erschossen. Ja, und? Ja, ja, also... ...weißt du... ...Vollmond? Ja. Was, wenn... Äh... Okay. Nein. Stopp. Ich mein ja nur... Vielleicht war es ja sowas wie... ...Werwolf. Also, ein Werwolf? Drehst du jetzt... Vollständig am Rad. Werwölfe echt jetzt? Komm mal klar. Was ist so lustig? Ich hab wirklich exakt dasselbe gesagt. Oh, er hat uns das Auge ausgekratzt. Wird es auch noch besser? Zombies? Aliens? D-D-Dimensions-Draculas? Ryan, ja? Ja? Du willst Fakten? Ich hab Fakten. Unterbrich mich nochmal und ich bin weg. Danke für die ganzen Zaps, ihr Süßes. Sie lest die Nachricht auch. Wäre das denn wirklich... ...so verrückt nach all dem Scheiß... ...die wir durchhaben... ...die wir durchhaben... ...die wir durchhaben... ...mit dem Ding auf dem Dach... ...das war doch offensichtlich werwolf. Ich will einiges erklären. Dylan. Ich versuche nur offen zu bleiben, okay? Was ist mit deinen Geister-Stories? Ist doch fast wie in deinen Geister-Stories. Das... ...das... ...sind nur Grusel-Stories. Es muss eine rationale Erklärung geben. Für alles hier. Für das alles. Okay, du warst... ...aber nicht so rational, als du meine Hand von meinem Körper abgetrennt hast. Du wolltest das. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit drin. Schnell das Glied von deinem Leib. Was? Es war das Richtige. Sie kennt sogar ein Gedicht darüber. Hier geht's um viel mehr, als ihr denkt. Lasst mich erzählen. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr mir glaubt oder nicht. Mir egal. Aber ihr sollt alles wissen. Die Zeit danach zog sich. Der Kopf versorgte uns und ließ uns duschen. Abseits davon war er kaum zu sehen. Max und ich redeten... ...echt viel. Darüber, was in jener Nacht wohl passiert war. Die wildesten Verschwörungstheorien. Dabei ging's um den Kopf, das Camp, den Unfall, den Wald. Dieses Ding im Keller. Was mit Max passiert war. Wir kauten das alles immer und immer wieder durch. Und nichts davon ergab Sinn. Wir wussten nur, dass wir von dort verschwinden mussten. Schrecklich. Jetzt wird doch bestimmt gleich Vollmond und dann kriegt sie mit, dass er sich verwandelt. Ich halte das nicht mehr aus. Ich find's nicht schlecht. Wahrscheinlich derselbe Fraß wie im Camp. Nein, ich halte es hier drin nicht mehr aus. Oh. Ja, das ist ziemlich krass. Okay. Wir müssen was machen. Wir müssen endlich raus hier mit einem Plan. Das sagst du dauernd. Seit Wochen, also... Na ja, gib laut, wenn du einen hast. Das hilft uns jetzt echt nicht weiter, Max. Du vergisst ne Kleinigkeit. Was? Nur das winzig kleine Mini-Detail, dass ich womöglich ein verfickter Wehrwolf bin, Laura. Nicht so laut. Also, was können wir denn tun, hm? Wir rennen zusammen in den Sonnenuntergang, bis ich mich in ein scheiß Monster verwandle und dich umbringe und fresse und dann latsche ich mit kleinen Speiseresten von dir zwischen den Zähnen allein weiter? Okay, okay, stopp. Ein Schritt nach dem anderen. Also wir wissen ja nicht mal, ob es wirklich so ist und das werden wir auch nicht, bis wir hier raus sind. Okay. Tja, scheint als blieben uns nur zwei echte Optionen. Wir sind nett und ziehen ihn auf unsere Seite. Damit er uns gehen lässt? Oder? Wir greifen ihn uns und hauen dann von hier ab. Wir müssen fliehen, lernen wir seine gute Seite kennen. Jetzt fahr ich schon die ganze Zeit die Tour. Ich glaube, fliehen... Puh, ich bin mal nett. Okay, dann triggern wir seine gute Seite. Was dann, Brunch mit Piccolo jeden Sonntag, bis er seine Fehler einsieht und bereut? Ja, das war eher rhetorisch. Der Kerl hat keine gute Seite an sich. Die Hälfte der Zeit redet er nicht mal mit uns. Weiß nicht, vielleicht knacken wir ihn ja. Laura, ich glaube, er wartet nur ab, bis er einen Weg gefunden hat, uns loszuwerden. Dauerhaft. Die mystisch. Lass es uns versuchen. Ich glaube, wenn er uns töten wollte, wären wir schon tot. Worauf wartet er wohl? Also, wenn er sich verwandelt, um zu gucken, dass Vollmond ist und zu sehen, wer sich verwandelt. Das nicht klappt, dann fliehen wir. Deal? Wahrscheinlich. Ja. Deal. Gut. Okay, wie bringen wir den Kerl dazu, uns zu mögen, wenn er nicht mal mit uns redet? Ich weiß nicht. Er hat sicher einen Schwachpunkt, den wir ausnutzen können. Ist ja nicht so, als hätten wir sonst viel zu tun. Ja. Okay. Hey, hey. Megaman. Darf ich dich Megaman nennen? Warum? Du nennst mich Officer Hackett. Hackett? So wie in Hackett's Quarry? Was geht's dich an? Ich bin nur neugierig, weil wir sie ja kaum kennen. Lassen wir es dabei. Okay? Ach komm Megaman, was soll der Stress? Da gibt's doch keinen Grund für, hm? Ich weiß genau sieben. Oh, sieben. Verständnisvoll. Wir waren furchtbar. Wirklich? Das stimmt. Wir waren echt furchtbar. Und wir wollen es wieder gut machen. Vorsicht, was du anbietest. Oh. Kauf dir das nicht ab. Ich weiß, was hier läuft. Das klappt aber nicht. Ihr denkt, wir werden beste Freunde und ich lasse euch einfach hier rausspazieren. Verdammt. Auf keinen Fall. Arschloch. Max! Wir wissen, was hier los ist. Wir wissen, Max ist ein Wehrwolf. In ein paar Tagen ist Vollmond. Was dann? Nein, Ma'am. Du warst nicht mal die Hälfte. Oh, oh. Oh, oh. Zieh die verdammten Sachen aus. Fick dich! Zurück! Max, was ist da los? Lassen Sie ihn in Ruhe! Er will nicht, dass er die Klamotten wieder zerstört. Trotz tut er sie als Geisel nehmen. Weg von mir! Setz dich hin. Nicht zappeln. Du willst doch Tierärztin werden. Zeit fürs Praktikum. Oh, das ist aber böse. Ich will weg! Du wirst es nicht glauben, bis du es selbst gesehen hast. Oh mein Gott. Oh Gott. Sie könnten auch einfach fragen, Mann. Fuck. Geh nicht zu nah ran. Tee. Melden. Wo genau bist du? Over. Mist. Mhm. Ich mach ihn nur fertig. Ich ruf mal nicht um Hilfe. Es ist ruhig eine geklatscht. Klingt ja nicht. Die wissen eh alle Bescheid. Wir arbeiten eh alle zusammen. Er hat ihn ja Tee genannt. Das ist einer von den anderen. Ich sag's dir. Es wird nicht schön werden. Aber morgen komm ich früh zurück. Oh mein Gott. Der will mich jetzt ja auch... Sie lassen mich wirklich hier? Du packst das. Komm ihm nur nicht nah. Oh mein Gott. Wie gruselig. Also das, was ihr jetzt zu sehen bekommt in dem Gitter, in dem Käfig, im Gefängnis, das passiert bei mir, wenn ich meine Periode hab. Das fängt bei mir auch so an. Dann werd ich auch so leicht lila im Gesicht. Ich brauch Schmerzen. Ich fühl mich nicht gut. Und dann sag ich, I'm on my period! Und dann explodier ich. Finis, sag mir, was du fühlst. Max, sag mir genau, wie es dir geht. Laura, ich fühl mich schlecht. Ja. Inwiefern schlecht? Einfach nur... ...schlecht. Ich fühl das so. Komm näher. Zeig mir deine Augen. Ich glaub, ich bleib lieber hier. Sag mein Partner mir auch immer. Max, ich muss dich beobachten. Ist das jetzt nah genug für dich, Bitch? Diese Konversation eins zu eins. Ja, die werden auch aggressiv dann, ne? Max? Max? Sag mir, was los ist. Max? Max? Max! Wie hat sie sich gelöst? Wie hat sie sich gelöst? Die war doch gefangen mit der Handschelle. Wie hat sie sich gelöst? 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 Oh, eine Tarotkarte. Der Wagen. Der Wagen! Hielten wir die Zügel, würden wir uns sicherer fühlen. Die Kontrollen würden aus Überzeugung Entscheidungen treffen, mutig mitunter jedoch töricht. Viele suchen im Wagen Zuflucht, aber vielleicht sind sie dort gar nicht so sicher, wie sie annehmen. Okay. Er heult darum. Natürlich weitersuchen. Exit ist wahrscheinlich... Will man mal gar nicht gehen, wird sie eh nicht. Hmm. Ach. Fuck. Ich muss mich bald ausruhen. Also ich wäre einfach nur total am Arsch, wenn mein Auge weg ist. Muss ich ehrlich sagen. Bin ich sehr entspannt. Fände ich schon ganz arg schlimm. Ha. Muttersöhnchen. 56, ha? 56. Sein Geburtsjahr war dann... 1965. Wo ist nur die Zeit geblieben, bis dein guter Junge Travis... Herzlichen Glückwunsch. Travis heißt er. Tee. Travis Scott. Ja, ja. Wir wissen es jetzt. Okay, also hier waren wir nur für diese eine Info. Interessant. Weiter geht's. Geht's hier noch rein? Yes. 3, 2, 1, hier ist Travis. Was ist das hier? Ein Spindy mit den Spritzen, mit denen er uns ausknockt. Damit muss er mich betäubt haben. Dann kann ich doch auch den Werwolf betäuben, oder? Ich versteck's in der Zelle. Ah, damit wir ihn betäuben können. Interesting. Gute Idee. Gute Idee. So viel Spindies. Ich glaube, das war schon so der Key. Full Moon. Birthday Biers. Wieso? Was ist am 7. Juli so krass? 7. Juli. Geburtstagsbierchen Vollmond. Ah, da hat er Geburtstag gehabt. Okay. Ah, ich sollte schlafen. Ich hatte Angst um mein Auge. Und sie weiß ja auch noch nicht, dass es nur den Biss nur übertragen wird. So, dann gucke ich nochmal bei Exit, was da passiert und dann gehe ich in meine Zelle. Let's go. Was ist das für ein Geräusch? Schon gruselig. Ach, hier geht's ja auch noch hoch, ne? Das gucke ich mir auch noch an. Hier finden wir noch eine Tarot-Karte. Ein Fax. Oder? Was versteckst du, Travis? Ein Brief, der die Verantwortlichen des bizarr- oder banal-Podcasts auffordert, ihre Nachforschung in Hackett's Quarry einzustellen. Ah, das ist der Podcast, den die immer hören. Weil sie Angst haben, dass es rauskommt. Ah. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie vor kurzem eine Folge ihres Podcasts veröffentlicht haben, in der es um die Stadt Northkill, insbesondere um Hackett's Quarry geht. Wenn ich den Kontext richtig bedeute, befasst sich diese Episode mit dem Mysterium eines Geistes in den Wäldern, auch wenn die Idee an sich völlig absurd klingt. Und wie Sie sicher wissen, keine Geistes existieren, muss ich Ihnen hiermit mitteilen, dass die Eigentümer von Hackett's Quarry Bedenken geäußert haben, dass derart geschmacklose Geschichten im Umsatz ihrer zahlreichen Geschäftszweige schädigen könnten. Darunter auch den Hackett's Quarry Summer Camp, welches sich als sichere, kindgerechte Umgebung für Kinder aus dem Land versteht. Von diesem Hintergrund muss ich Sie dazu auffordern, diese Episode ihres Podcasts zurückzuziehen und jegliche weitere unangemessene Berichtserstattung rund um Hackett's Quarry zu unterlassen. Sollten Sie diesem Wunsch nicht entsprechen, werden die Eigentümer des besagten Grundstücks nicht davor zurückscheuen, rechtliche Schritte einzuleiten. Bitte verstehen Sie diesen Brief als förmliches Ersuchen im Sinne der Interessen beider Seiten. Achtungsvoll. Travis Hackett, Sheveld, Polizeibehörde Northkill. Okay. Wasch. Ja, ja. Okay, da sieht's doch noch sassy aus. PC ist immer gut. Passwort. Da haben wir noch mehrere Überlegungen. Oh mein Gott. Hallo? Also der Geist hat auch noch irgendeine Bedeutung, ne? Die hängt immer an der Leitung. Oh mein Gott. War das nur ein Bild? Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hint. Mein Birthday. Als ob er das vergisst. Ach, oh je. Oh mein Gott. Hey, you hear this shit? We're gonna shut it down. Es gar keine Wanderer waren, sondern Geisterjäger auf der Suche nach der Wahrheit. Aber dann begegneten sie der Hexe von Hackett's Quarry und wurden nie wieder gesehen. Wie wir. Bis auf die schicksalhafte Begegnung mit irgendwelchen Hinterwäldlern. Wir sind eher Geisterdetektive. Spukschnüffler? Sicher. Und? Was ist dann passiert? In der Lokalzeitung, der Northkill Gazette stand, dass am Abend der Premiere einige Heuballen Feuer fingen und der Brand sich rasend ausbreitete. Der ganze Ort soll in nullkommanichts Schutt und Asche gewesen sein. Genau wie die Hauptdarstellerin und ihr Sohn angeblich ein Baby. Aha. Kannst du es von mir ausführen? Ah, okay. Man sollte das korrigieren. Bizarre oder banal? Das ist erschöpft. Und ich auch. Ich muss schlafen. Und ich auch. Da sind alle vermisst. Vier Monate. Alan Radcliffe und Edward Benson. Wer das wohl ist? Auch Sheriff? Nee. Auch alle vermisst. Katze. Und? Zuletzt auf dem Hackett Wanderweg fünf Meilen nördlich. Aber da müssen die ja trotzdem irgendwo in Menschenform noch rumlatschen. Ich bin halt gespannt, wie das zusammenhängt mit diesem Brand. Ich könnte mir vorstellen, dass halt da sich wirklich auch so ein Werwolf verwandelt hat. Und dadurch ist alles hysterisch geworden, alles abgefackelt. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie sich das zusammenfügt am Ende noch. Dann könnte ich wahrscheinlich nicht raus. Wäre auch zu einfach gewesen. Okay, dann gehen wir mal zurück. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Diese Tür hier geht ja nicht auf. Das haben wir vorhin, glaube ich, schon probiert. Ja. Dann gehen wir zurück in die Zelle. Sie sagt ja auch die ganze Zeit, sie ist müde. Der Brand, wo dieses Zirkus, der Zirkus abgebrannt ist, wo alle gestorben sind. Und davon wird ja auch immer wieder gesprochen. Ich bin gespannt, wie das zusammenhängt. So. Dann verstecken wir das mal am besten, oder? Hier hinten am besten. Super. Dann schlafen. Weiter suchen. Habe ich etwa noch nicht alles gefunden. Kann ich doch noch was finden? Nee, also ich gehe jetzt schlafen. Ich glaube, das ist einfach nur die Option, die mir offen bleibt. Let's go. Schlafen. Ich könnte da nicht schlafen mehr. Die Heizkosten wären definitiv übel. Aber das ist ja nicht unser Problem. Das gehört ja nicht uns. Sagst du mir, was passiert ist? Warum sagen sie es mir nicht? Ah, guck mal, er hat sich jetzt... Was machst du hier noch? Er hat sich damit wieder eingeschmiert, dass er nicht angegriffen wird. Ist aber jetzt die Frage, ob er vielleicht doch kein Wehrwolf ist, sondern das nur weiß, dass sich vielleicht die Kinder von seinem Bruder verwandelt haben und er deswegen das Zeug verwendet. Also er ist glaube ich keiner, sonst würde er das Zeug nicht verwenden. Ehrlich. Entschlossen. Ich bleib bei Max. Ich trau dir trotzdem nicht. Mir egal. Ich will ihm nur helfen. Umdrehen, Hände an die Wand. Er wundert deinen entschlossen. Im Ernst jetzt? Ich bin zu müde zum Streiten. Ah. Ich auch. Glücklich? Ich mach uns Kaffee. Okay, jetzt hat er ein bisschen Vertrauen gefasst, weil er ja gesehen hat, oh, wir waren ja gar nicht an seinen Sachen, obwohl wir rauskommen. Er hat wieder's Neues an. Was ist das? Sie ist ja an. Jetzt. Gut sauber gemacht. Also. Das Auge. Das Auge. War schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Vor allem, wenn niemand dabei hilft. Du bist vom Fach. Ähm. Tier. Medizin. Und nein. Noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du. Man weiß nichts. Nur weil man es weiß. Weißt du. Äh. Was? Ich bin nicht. Es ist nicht, wie es aussieht. Das sagen sie alle. Geht das vielleicht ein bisschen genauer? Du und Max steckt genauso in der Klemme wie ich. Meine Leute. Wir wollten keinem wehtun. Wir wollen nur überleben wie jeder andere. Verstehst du das? Nicht wirklich. Wir machen dem ein Ende für alle Zeit. Wir? Ja. Was ist mit ihrer Familie? Meine Familie. Ist tief in einen Brunnen gefallen. Was? Familie ist das Wichtigste auf der Welt. Nur wenn deine Familie. Also äh. Jeder einzelne beschließt in einen Brunnen rein zu springen und sie. Unten an einem Seil hängen. Wie soll einer alleine sie alle wieder da rausziehen? Wie denn? Wenn man am Seil zieht, reißt es einen nur selbst hinein, wo der Rest schon ist. Oh. Was soll das bringen? A-Also. Sie stehen oben am Brunnen mit dem Seil. Und... Ja. Ist das nicht offensichtlich? Ja, okay. Verstehe. Ach, vergiss es. Das heißt, die sind alle Wehrwölfe. Würde ich mal sagen. Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Was ist das? Lies es einfach. Um was geht es denn? Lies es. Scheint voll der Mond hoch in der Nacht, so wird das Monster hervorgebracht. Die Opfer starr vor Schreck ganz blass, es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber des ersten Sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot. Schlag des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich als bald allein. Geheimlos wird des Vollmonds Schein. Also kann man die doch retten. Lies weiter. Absolut würdiger Nachfolger. Ne, ich nehme mal seine Waffe nicht. Ich mache jetzt keinen Scheiß. Ich glaube, man kann... ...alle retten. Der Alpha muss sterben. Ich glaube auch. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Die Seele bleibt so dann verschont, bevor der Fluch dir inne wohnt. Begreifst du es langsam? Wirklich hilfreich ist es nicht. Das sage ich dir in deinem Gesicht. Ehrlich, es ist Müll. Warum muss ich das denn reimen? War es nicht. Das ist alles, was wir haben. Töte den Werwolf, der dich gebissen hat. Und zwar mit Silber. Und nur bei Vollmond. Muss aber dann schnell gehen. Klingt ja nicht so kompliziert. Sofern man ihn töten kann, das ist die Frage. Aber wer ist der Alpha? Ich will nur Max heilen. Ist komplizierter als du glaubst. Hat er mich infiziert? Warum haben sie es nicht umgebracht? Wenn sie all das wissen, warum haben sie das Ding im Sturmkeller dann nicht umgebracht? Es ist nicht, ich... Es ist... Kompliziert? Nein, es ist... Sie sind nicht leicht zu treffen. Ich wollte euch... Ah, der Ia oder dieses Ian. Wie hieß das Ding mit dem, äh... Entschuldigung, mit dem Halsband nochmal. Wetten, es ist sein Kind oder sein Sohn oder sein Bruder, der Ian. Weil das hat er nicht erschossen, ne? Da ist also irgendeine Verbindung, deswegen druckst du jetzt so rum. Tützen. Was ist der Plan? Ich glaube ihn nicht. Sie verschweigen uns doch was. Aber nichts, was ihr wissen müsst. Ich glaube ihnen nicht. Wenn töten keine Option ist. Sondern nur Wissenschaft. Wissenschaft? Kein Problem. Echt. Genial lesen, wir einfach ein paar Studien. Ich meine es ernst. Misstrauisch. Sie beschützen irgendwen. Wieso ist töten keine Option? Sie beschützen doch irgendwen. Ist sein Sohn oder so. Der Ian ist bestimmt der Alpha. Und den will er nicht töten. Denk einfach mal über alles nach. Ich hab's schon. Das Ding im Keller mit dem Halsband ist der Ursprung und den will er nicht töten. Deswegen nimmt er lieber in Kauf, dass alle sich infizieren. Was hat er ihm jetzt gezeigt? Komm zusammen finden wir die Quelle und ziehen ihn über die Felle. Ich würde ihm wohl kein einziges Wort glauben, wenn ich es nicht gesehen hätte. Ich glaube ihm. Sag mir bitte nicht, dass du ihm jetzt vertraust. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube ihm den Wehrwolfkram, nicht das mit der Wissenschaft. Ich weiß nicht, was er will. Der dreckige Lügner hat uns entführt, Laura. Wir dürfen dem Wichser nicht ein Wort glauben. Ah, okay. Im Video, wo er zum Werbeaufboden wurde letzte Nacht. Tja. Egal. Er hat die Chance verschwendet. Wir verschwenden hier und biegen es selbst gerade. Weiß er überhaupt, dass ich mein Auge durch ihn verloren habe? Laura? Ja? Ich hab das mitgekriegt. Mit deinem Auge. Ja. Ist es schlimm? Ziemlich schlimm. Es tut mir leid. Das warst nicht du. Ich weiß, das warst nicht du. Aber... Irgendwie schon. Hey, wir helfen dir, Max. Bestimmt. Versprochen. Hm, no. Oh, ist da Chris? Du hast einen gebissen? Was war das? Was war das? Du hast einen gebissen, Chris? Was war das? Du hast einen gebissen, Chris? Ach, er war der im Keller. Hättest du schneller. Hättest du schneller gehandelt, wären sie nicht im Camp gewesen. Schon mal daran gedacht? Hätte ich gehandelt, werdet ihr alle im Knast. Schon mal dran gedacht. Das waren Bobby und Caleb. Und du weißt das. Der anderen und dann der, der verdammte Journalist. Und dann Travis, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist eigentlich mit... Wir schaffen das zusammen. Aber... Da stand doch Ian. Aber er hat den ja gebissen. Oh nein. Zu viele Ohren. Max! Aha. Was ist denn? Travis war eben im Flur. Hörst du? Und? Mit Chris Hackett. Wollte er uns rauslassen? Nein. Ich wollte es umbringen. Er ist der Werwolf. Max. Chris Hackett hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Also war das Halsband von irgendwem anderen. Hätte das gedacht? Also, naja. Wenn ich überlege, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Deshalb war Chris Carran der Lodge damals. Travis wollte ihn decken. Deshalb folgte er uns. Und deshalb wusste er von dem Werwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder. Gott, so offensichtlich. Weil wenn Chris mich gebissen hat, dann... Das ist die Heilung. So heilen wir dich. Himmel, Laura. Denken wir grad dasselbe? Deswegen wollte er nicht, dass wir zur Lodge gehen. Hilfe! Laura braucht Hilfe! Laura? Laura? Laura, alles okay? Gott, verdammt! Was zur Hölle ist dir los? Laura! Er hat halt behauptet, das Auge hat sich entzündet. Die Spritze sieht man auch gar nicht. Aua, das muss so eklig sein. Miss. Weg gewählt. Jetzt auch nicht machen können. Okay. Ich glaub das war aber besser, als ihn vielleicht abzuknallen. Ich glaub dazu wär's nämlich gekommen, dann hätten wir gekämpft, dann hätte ich ihn erschossen. So lebt er noch. Ich dachte schon, du wärst echt krank. Vielleicht sollte ich Schauspiel als Hauptfach wählen. Das wär ein bisschen drüber. Wir sollten gehen, bevor er aufwacht. Für mich ist er so, wie sagt man, so treu doch süß. Ich würd zusperren. Warum sperren die nicht ab? Der liegt so unbequem da, der wird so ne Nackenstarre haben. Wir sollten zusammenpacken. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Ach, hat sie gemacht, okay. Laura! Was ist los? Ich dachte, da wär was. Etwas ist hier. Nein, nein, da ist was. Es kommt von hinter dieser Tür. Ach, er hört's auch. Sie tanzt das an. Töne sie alle. Vielleicht ist die Hexe wirklich gut und will uns auf was hinweisen. Oh, Waffengepäck. Hier ist keiner drin. What the fuck. Er macht sie. Was ist das? Schrotpatronen. Er füllt sie mit Silber. Da war er also. Auf der Jagd. Ich schätze, die hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Toll. Hey. Ich hab's grad erst gerafft. Wir sind frei. Ja, aber wirklich. Nein, Max. Sind wir erst, wenn Chris Hackett tot ist. Und wie es scheint, bleibt uns nicht viel Zeit. Ich weiß. Du hast recht. Lass uns nur kurz den Sieg feiern, hm? Wir feiern, wenn's vorbei ist. Wir fahren jetzt zu Hackett's Quarry und beenden es. Heute Nacht. Uiuiuiuiuiui. Deswegen haben wir auch die Tochter im Pool erschossen. Jetzt macht es Sinn. Die Tochter war ja tot im Pool. Die haben wir erschossen. Und jetzt jagen wir den Chris. Vielleicht kann der Nick ja doch noch retten. Dann würde Nick sogar ohne Mitbein noch leben. Nick, wir geben dich nicht auf. Man kann so einen sympathischen Charakter nicht einfach sterben lassen. Hierher. Zum Camp. Lies Max auf der Insel. War der sicherste Ort für ihn. Umgeben von Wasser und so. Das war's. Meine Story. Streit nicht alle durcheinander. Warte. Die Insel? Also unsere Insel? Du meinst die im See? Ja, wieso? Weil Jacob, er ging hin und suchte nach Emma und ist noch nicht zurück. Keiner von beiden. Oh, scheiße. So lange sie nirgendwo rumschnüffeln, wo sie's nicht sollten, geht's ihnen sicher gut. Rumschnüffeln, wo er's nicht soll, ist Jacobs Superkraft. Das ist nicht gut. Ach, sie hat Max im Pool erschossen. Oder war das nicht die Tochter? Oder hat sie jetzt den Chris erschossen? Wer war denn das im Pool? Ich dachte, das wäre die andere Betreuerin gewesen, die Tochter, haben sie doch gesagt. Das war die Tochter im Pool, ne? Und sie sagt, sie hat Chris schon erschossen. Ach, da oben, wo die Emma, äh, wo die, ähm, Instagirl gejagt wurde. Oder sie hat die Tochter mit Max, mit Chris verwechselt, ne? Das war da oben der Max, der die, das Instagirl angegriffen hat. Max! Hallo? Hallo? Oh, wie gruselig. Ah, gut. Die haben ja Angst vor Wasser. Das ist so eklig. Ah, deswegen war das Boot dort. Ja, das macht Sinn, aber das ist das Boot gesehen, dass jemand hergekommen ist. Also nicht Chris. Das war gar kein Wehrwolf. Es war Kayleigh Hackett, Chris Tochter. Ah. Aber eigentlich wurde sie gebissen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich würde es mal zeigen. Wollte er. Bin entkommen. Das muss aufhören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Oh je. Okay, also Maxi, wir haben uns von Max beißen lassen, statt ihn auch zu töten. Ich wollte ihn retten. Weil wir ihn retten wollen. Wir sind jetzt mehr. Oh. 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 Ach, das ist der Zirkus. Die haben bestimmt diese Tiere da gezüchtet und dann ist alles eskaladet. Ah. Oh Gott, loslassen! Lassen Sie mich los! Hände weg von mir! Ach, das sind die Jäger. Das sind die Jäger, die dort die Tiere halten. Ah. Ich rufe die Polizei, bitte lasse mich frei. Ach, lehnt. Lassen Sie mich frei, okay? Ich wollte das alles überhaupt nicht, bitte! Bitte! Oh mein Gott, warum antworten Sie nicht? Wollen Sie Geld? Das ist das, denn mein Vater hat Geld. So richtig viel. Ich meine, nicht wirklich, aber er besorgt es. Ganz sicher. Lassen Sie mich frei, bitte! Es tut mir leid! Bitte nicht! Aber er wurde doch nicht gebissen, oder? Genau, Charm-Tina! Oh Gott, es kriegt ja gleich den Schock seines Lebens. Scheiße! Und wer ist das? Nee, nee, er wurde doch nicht gebissen, das wissen die halt nicht. Fui, Teufel! Die Insidious-Frau war das. Neugierige kleine Ratte. Möchtest alles wissen, was dich nichts angeht. Doch glaub nicht alles, was du so hörst. Was soll's. Da sind wir wieder. Schauen wir, was du mir diesmal bringst, okay? Ich bin immer irgendwie froh, wenn ich die sehe. Ich glaub, das ist nicht gut. Der Wagen. Immer frage ich dich, verlangt es dich vielleicht noch mehr? Aber nach diesem Schuss kam es nicht, ne? Könnt ihr euch noch daran erinnern, dieser eine Schuss, wo er versucht hat, die Blonde zu erschießen? Das ist nicht passiert, weil wir unsere Wunde gezeigt hätten. Hätten wir also unsere Bisswunde nicht gezeigt, wäre es zu dem Schusswechsel gekommen. Mehr sehen. Okay, irgendwas dürfen wir nicht öffnen. Wir zwei werden uns heute Nacht noch öfter wiedersehen. Ich freue mich darauf, solange du den richtigen Weg einhältst. Das ist am Keller, wo sie am Anfang war, da wo Max gebissen wurde. Ne, oder? Der Bauch der Bestie. Wo ist Chris Hackett? Halt's Maul. Wow, nett. Sie hat Kayleigh umgebracht. Wir drehen uns im Kreis. Halt's Maul, Kayleigh, was soll ich tun? Äh, Catelyn? Was soll ich tun? Oh, wow, ganz tolle Führungsqualitäten. Sei jetzt ruhig. Vergiss es. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist deine Sache. Denk einfach daran, was alles passiert ist, okay? Das ist mein Rat. Und dann die Leiche im See. Und was Jacob sagte? Ja, stimmt. Hört endlich zu. Diese Leute sind nicht das, was ihr glaubt. Ich schwöre. Moment, du... du sagst, eine Frau hat geweint? Bei deiner Flucht? Warum? Was weißt du denn? Die Gruselstory, die er erzählt hat. Was, Catelyn? Das hier ist keine Story. Es ist kein Kinofilm. Es passiert wirklich und ihr steckt mittendrin. Dein Armband. Was soll das werden? Ich will nur helfen. Ich glaube jetzt mal. Ich glaube, die will nur helfen, oder? Wenn's zum Schlimmsten kommt, gebt euch das eine letzte Chance. Und das tötet sie? Wirklich? Ja. Ach, wegen Silber. Aber was, wenn's Nick ist oder so? Wie gesagt. Wenn's zum Schlimmsten kommt. Ryan, nimm das verdammte Ding runter, bevor was passiert. Wenn Nick nicht töten. Was ich mich aber frage, warum dann die Werwölfe selber nicht den Ursprung töten wollen. Wahrscheinlich, weil alle die Werwölfe dann sind auch sterben, oder? Geh mal davon aus, weil sonst würde ja jeder die Heilung wollen und würde versuchen, wenn er wieder ein Mensch ist, den Alpha zu töten oder die Ursache zu töten. Ich glaub aber, dass alle Werwölfe dann sterben. Warum soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Äh, ihr seid doch Betreuer, oder? Ihr seid zwei Monate hier. Er ist nicht im Sturmkeller. Ich finde ihn ganz offensichtlich nirgendwo im Wald. Ich brauche Hinweise. Versuch's mit dem Gruselhaus hinter dem Wald. Mann! Was? Es gibt noch Alternativen. Ernsthaft? Es gibt Alternativen. Mal drüber nachgedacht? Ich hab letzten Monat an nichts anderes gedacht. Nur, bei Sonnenaufgang sitz ich fest bis zum nächsten Vollmond. So wie Meg, so wie alle Gebissenen. Und das ist unser Problem? Frag doch deine Freunde im Wald! Und denk auch noch an Nick Mann. Ja. Stopp! Oder wir müssen euch mit kaltem Wasser beugen. Ryan, verschwinden wir hier! Ich muss endlich was tun. Ohne mich wird Chris Hackett dann noch mehr Opfer auf dem Gewissen haben. Ich geh mit dir. Was? Äh, ja, ich stimme zu. Ich werde beweisen, dass Chris Hackett nichts damit zu tun hat. Er wollte, dass wir drinnen bleiben. Er war besorgt. Mir egal, was du denkst. Mir egal, was du denkst. Mir egal, was du denkst. Schnauze. Schön. Mach doch, was du willst. Du weißt, was mit Nick ist. Er wurde gebissen. Mir wird nichts passieren. Das geklaute Auto. Wo ist es? Im See versenkt. Warum? Weil's von den Cops geklaut war? Du musst den Van reparieren und verschwinden. In Sicherheit. Wie soll er das mit einer Hand machen? Wie lange hast du noch? Eine Stunde, vielleicht. Ich weiß nicht. Es gibt keine Langzeitstudien. Dann sollten wir jetzt gehen. Oh, 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 oh. Bist du sicher mit dem Weg? So ziemlich? Ja. Ziemlich oder definitiv? Sehe ich aus wie ein Reiseführer? Hm, misstrauisch. Warst du schon mal dort? Warst du überhaupt schon mal dort? Also, nein. Was im Ernst jetzt? Ich weiß so viel wie du. Mit dem Mann im See? Weiß wissen wir schon, was mit dem Mann im See ist? Glaube nicht. Und wie gut kennst du Chris Hackett? Mr. H? Ziemlich gut. So wie du ziemlich sicher den Weg kanntest? Bei meinem ersten Besuch im Camp hatte ich Probleme und Mr. H hat mir geholfen. Er ist echt nett. Du kennst ihn nicht wie ich. Du kennst ihn gar nicht. Okay, okay, Gott. Schleim nicht so. Wieso bist du so? Ich glaube nicht, dass irgendwer hier irgendwen kennt. Das könnte ich dich auch fragen. Was meinst du? Was willst du wirklich hier? Du kannst ihn nicht einfach töten. Das werde ich nicht. Ich erschieße einen Wehrwolf. Ich glaube irgendwie immer noch, dass er Bescheid weiß, weil wir bedenken, er hat uns nicht gesagt, dass er draußen dieses Monster gesehen hat in der Holzhütte, wo ich den Arm verloren habe. Genau das ist er, glaube ich. Ist er nicht. The rain. Ist er nicht. Hell yeah. Ich glaube, da geht es nachher noch um Streit, ne? Weil er will ihn nicht töten und ich will ihn töten. Das wird sehr ätzend werden. Da ist es. Hackett Haus. The Hackett Haus. Er lebt mit seiner Hinterwäldlerfamilie in einer Hinterwäldlerhütte im Wald? Sieh dir das an? Hier, hier lebt seine Mom. Glaub ich. Ich war nie drin. Aber, wenn wir antworten wollen, ist das der beste Ort, sie zu finden. Gut. Also, wie kommen wir ran? Was meinst du? Wie kommen wir zu dem Haus? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ja gar nicht. Der weiß es doch, oder? Hey, ich weiß, dass Chris dein Freund ist. Wenn ich den Weg wüsste, hätte ich es gesagt. Klar. Ja. Laura, Chris ist nicht böse. Es geht nicht um gut oder böse, Ryan. Wie kannst du da so sicher sein? Wenn mein Gewissen mich jetzt bremsen kann, wird das alles hier noch viel schlimmer. Ich wünschte, es ginge auch anders. Es geht nur nicht. Der ist immer so dieser Überkorrekte. Der nervt mich langsam. Es läuft die Zeit weg, oder nicht? Es muss einen anderen Weg rüber gehen. Hab dich! Pass auf, Frutsch weg! Boah, Glück gehabt. Wenn es der Boden gewesen wäre. So ein Scheiß! Alles okay? Laura? Boah, das Wasser kotzt die schon an, ne? Oh oh. Oh oh, das Wasser triggert uns schon. Es jagt das Blut, doch scheut das nass. Ja. Toll. Oh mein Gott, Laura! Nein, ich müsste jetzt Arm abmachen. Ach du, heilige Scheiße! Darf ich mal? Was soll das? Äh, ruhig. Hier. Oh, sie kann wieder sehen. Was hast du für große Augen? Ach, scheiße! Ist da was gelbes im Auge? Wie gelb genau? Shit! Uns bleibt nicht viel Zeit. Krass, es heilt sich sogar wieder. Ui. Ja, also jetzt könnte ich dann gerne das Heilmittel haben. Dann habe ich wieder mein Auge zurück. Aber dann hätte ja eigentlich der Nick sein. Ne, ne, der Nick nicht. Denn den Nick können wir bestimmt auch noch retten. Wette ich mit euch. Ich gebe Nick nicht auf. Wer stimmt noch von den Arbeitern? Meinst du? Hier war seit Jahren niemand. Ne, es ist trotzdem nichts Gutes, klar. Aber wahrscheinlich... Ja, wir werden komplett eskaladen. Ich bin hier nochmal ein bisschen besser um. Ich glaube nämlich, dass wir vom Keller jetzt in das Haus kommen. von den Haggiths. Das ist hier immer eine Tarot-Karte, deswegen laufe ich immer lang. Wobei die uns eigentlich auch nicht sonderlich viel helfen. Oh oh, ich höre Hunde. Ich habe hier einen genauen Hund gehört und ihr habt es auch gehört. Silas. Das ist aber nicht Ian. Das ist aber nicht Ian. Weiter geht's im Konzept. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Hab sie uns gehört haben? Nein, glaube ich nicht. Das entspricht nicht der Norm. Naja, wenn die Norm marode und einsturzgefährdet lautet, dann vermutlich schon. Lass uns weitergehen. Ja. Vorsicht, Gott. Was war das? Gibt's da auch nichts? Wichtig wirklich beim Spiel ist immer an alle Ecken glotzt. Da sind manchmal auch Tarot-Karten. Ich höre schon wieder genuschel. Oh ja, sowas zum Beispiel. Seht ihr? Tarot-Karte, die Leben, die Liebenden, die Liebenden, die Harmonie. In ihrem Zwist beweisen steht die Funktion ihrer Leidenschaft. Blut fließt aus dem Herzen. Du kannst es fast schmecken. Und es zu schmecken kann lebensrettend sein. Keine Ahnung, was du mir damit sagen willst. Jetzt sieh dir das an. Oh, Scheiße. Sind wir die Liebenden? Let's go. So langsam könnte ich doch was zu essen vertragen. Oh oh, jetzt hat sie auch Hunger. Oh nein, jetzt hat sie Hunger. Wie der Nick, der hatte dann auch Hunger, ganz arg. Reiswaffeln. Neuer Ship. Der andere hat jetzt ja eine Hand zu wenig. Ich traue Ryan trotzdem immer noch nicht. Ich weiß nicht. Oh. Wie? Wie? Was meinst du, ob hier außer uns noch irgendetwas ist? Sieht so aus, oder der Weg hier ist auch nicht stillgelegt. Ja, ihr Auge ist wieder da, weil sie wurde gebissen und deswegen hat sie das irgendwie regeneriert. Ordentlich tief. Oh. Oh. Wo ist Cave Out? Sieh an. Du hast ja doch Humor. Ich find's cool, dass sie wiederkommt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie nochmal so eine Rolle kriegt. Was ist los mit dir? Was meinst du? Der schräge, grübelnde Einzelgänger passt nicht so wirklich zu deiner Ich-liebe-den-Campleiter-Show. Ich pass also in keine Schublade, oder was meinst du? Was für eine Schublade. Schon gut, vergiss es. Machst du das immer so? Was denn? Dich auf ein Gespräch einzulassen, um dich sofort in deinen Panzer zurückzuziehen? Vielleicht hab ich auch einfach keinen Bock auf dich. Oh wow, charmant. Ich nehme an, du bist Single? Ja? Wieso? Ach, nur so? Ich liebe diese Konversation. Ja, das ist wirklich... Jemand, der zu lang Single war und keinen Bock mehr hat auf andere Menschen. Du kannst auch hier rumhängen, wie du magst. Oh, ich bin stark mittlerweile. Du isst wohl eine Menge Spinat. Also, willst du zuerst in den anstürzenden Albtraumtunnel, oder soll ich? Ich hätte hier gern noch die Ecke erkundet, weil ich neugierig bin. Oh, da war ja gar nichts. Hm. Oh. Powercard. Das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es lohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Uff. Es ist das Rad von Hanno und es geht wieder los. Okay, wir müssen das Glück erkennen. Aber das Glück seid doch ihr für mich. Oh, schleim, schleim, schleim. Schau mal im Chat, oder hab ich das Glück? Schleim, schleim, schleim. Sieht gut aus. Alle so, no. Ich kann auch schleimen, Leute. Schleim, schleim, schleim. Ihr müsstet den Chat sehen. Natürlich auch in den Kommentaren. Schleim, schleim, schleim. Hashtag schleimi, wer an der Stelle ist. Seht ihr, ich weiß, wie mein Herz erwärmt. Ich kann flirten. Ich finde ihn irgendwie gruselig. Das ist wohl für eine Party. Von der Prohibition. Das ist ein Schmucklertunnel. Ja. Dann wäre der Alk fast 100 Jahre alt. Bestimmt noch gut. Gut? Dann trink mal. Ich finde die gestikulieren so witzig. Das ist so cool. Die Hacketts waren also Schwarzbrenner. Scheint so. Als der Steinbruch schloss, brauchten sie wohl Geld. Na los, wir müssen weiter. Hm. Interesting. Na! Sind wir hier richtig? Äh. Weiß nicht. Ich bin hier jetzt absolut lost. Ja, ich auch. Sollen wir? Ja. Es gibt ja bis jetzt noch keine verwandelte She-Wolf, ne? Es sind bis jetzt immer nur Männer, die sich verwandeln. Ah, ne. Die Tochter hat sich auch verwandelt. There's a She-Wolf in the closet. Au! Wuhu! Das Spiel ist ganz neu, ja? Gestern. Was ist denn hier passiert? Das sah doch vorhin auch schon so aus. Das war doch vorhin genauso. Ich hab doch gefragt, warum da die ganze Kacke dran, äh, auf den Dingern steht. Äh. 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 Das ist meine Schuld. Hatte bisschen Stress mit einem Anwohner. Verflucht, Caitlin. Hier steht nichts mehr. Du solltest den anderen sehen. Was ist jetzt mit Jacob und Emma? Wahrscheinlich gar nichts. Sehr gute Frage, ne? Die haben wir schon lange nicht mehr. Also Emma. Ich mein, sollen wir sie suchen? Warnen? Ich glaub das sicherste, das verantwortungsvollste ist Hilfe zu holen. Die ist direkt vor der Tür, die Emma eigentlich. Ja. Und dann können wir sie suchen. Und Nick. Das sieht wirklich aus wie das Haus von Until Dawn. Ist wahrscheinlich auch absichtlich so ein bisschen ähnlich gemacht. Aber die ist ja wirklich draußen vor der Tür eigentlich, die Emma. Ja. Da. Halt. Was? Ist da... Ist da jemand drin? Weiß nicht. Was ist da, ey? Jacob? Emma? Nancy. Soll ich mal aufmachen? Ist dein Arschkumpel. Sag bloß, die Emma hat sich verwandelt. Nee, oder? Die wurde ja nicht gebissen. Oder doch? Oh, der Arme. Ist kein Pfeffer. Was? Luft der Frischer. Ja. Oh. Placebo-Effekt. Ja. Schreng. das war nicht im wald deine der arme die ganze zeit in der polizeiwache wache irre was und wir dachten was für ein toller sommer von wegen man wusste sie nicht dass jacob das geklaut hat das war nicht ohne teile speziell einen verteiler da hinten ist ein schrottplatz also kriegst du es hin versprechen kann er ist vielleicht jetzt besser gewesen hätten wir es gekappt wahrscheinlich nicht aber sie wusste doch sie wusste doch dass jacob das teil geklaut hat eigentlich oder ist nicht aber da sollte einer sein klingt weit hergeholt dylan komm schon echt ich brauch dich wir brauchen dich fein okay genau stellen sie wieder mutig der tödlichen gefahr und rettet seine freunde und was genau sollen wir dann jetzt tun ich meinen der wenn es nett aber nicht gerade fortnock der keller unter der lodge sollte erst mal sicher sein okay abby komm mit mir viel glück ich hätte ihn auch bei denen lassen können allein gehen können aber ich gehe mit mich da einfach sicherer wenn papo mit kommt er widerte mich an papo das war das das ist nichts wir haben unten sind gäste wir wollen doch kein blut vergießen mehr das ist also die mutter von dem die geräusche die herrscherin sie sie an die ganz oben fallen am tiefsten ach wie schade da hat sie ihre monster genährt nur von ihnen getötet zu werden besser als sie auch nicht verdient ist es auf die mutter die sie auch aus wie die mutter so bestimmt auf die mutter hingewiesen jetzt oder eine alte rum das stil vermutlich aus der zeit der jetzt o fi bition ein relikt aus der vergangenheit der familie hackett bestimmt damit die mutter gemeint das geschäft lief wohl ganz gut okay so viele beweise sammeln wie möglich ist dunkel ich will aber auch nichts verpassen die karten die fügt mir dann die wahrsagerin bisschen vorher zeigen was passieren kann eventuell oh guck mal schon wieder eine der herrscher der herrscher autorität patriarch 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 regeln die es zu brechen gilt nicht sollen die mächtigen fallen und ihre imperien ebenso sollen sie bluten sollen sie aneinander zerfetzen und verrotten jetzt geht es richtig ab ne jede karte zeigt ein schicksal hervor guck mal ist da nicht der jacob kann gut oder auch schlechte zukunft sein beides das hat jacob gleich mitnehmen so wieder zu dritt wer ist als drin jeder arme was mache denn ich bin was ist mit ihr los käfig öffnen welchen käfig öffnen welchen käfig öffnen welchen käfig öffnen dem vom monster oder sein doch nicht dem vom monster da bin ich mir jetzt grad unsicher ich lass das jetzt aber wegen strom okay gut dass ich nicht gemacht habe ist der verrückt ach so den von jacob wollte öffnen aber der ist ein fürs strom ich würde das nicht gemacht haben du musst mich hier rausholen wie im ernsten steht unser strom okay hör zu da ist ein kasten in der ecke dauert ich glaube das ist die steuerung okay ich hab den alten den aus dem wald dran an tieren sehen was machst du hier travis du solltest bei den anderen sein wie gesagt wir beschützen diese kind schon die ganze nacht es ist kelly sie ist tot nein die jungs bringen sie gerade her du bist wohl mit einem kopfschädel vor die wand gerannt es ist unmöglich sie in ihrem zustand zu töten silberkugel sie ist tot nein nein hao Gottverdammt nein 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 nicht meine kleine nicht meine enkelin nicht meine Kaley nicht meine kleine Kaley nicht die kleine Kaley nicht die kleine Kaley du wieseste Scheiße nicht die kleine Kaley Nee, es war ihre kleine Nichte. Die Tochter von Max. Aber sie ist scheinbar kein Wehrwolf, oder? Doch auch. Lara aufhalten? Worum ging es jetzt? Lara aufhalten, Lara aufhalten oder nicht? Zieh nach Jacob. Die will jetzt irgendwo hingehen. Nee, es war die Enkelin. Ach, die will jetzt quasi hochgehen, ne? Aufhalten. Ja, das könnte es sein. Was immer das heißt. Wer das auch ist, er, er geht nirgendwo hin. Denk dran. Wir müssen sicher sein. Wie versprochen. Du musst... Ryan, Ryan, du musst mich hier ausholen. Ernsthaft, Mann. Oh, oh, die kommen. Sie geklaut. Undefiniert. Undefiniert. Nicht übersetzt. Ach, das, du mieses Stück Scheiße. Zu viel Ausdruck, oder was? Verschwinde. Hau ab von hier. Sie sind nah. Jacob helfen. Natürlich Jacob helfen. Hallo. Okay. Okay. Hilf mir da durch. Okay, also. Ich weiß nur, dass du meine Tür und die da öffnen musst. Und definitiv nicht die Tür. Oh, cool. Danke, Detective. Okay, fick dich, Mann. Ich will nur helfen. Nein, fick dich. Ich will nur helfen. Stell. Stell. Okay, da ist eine Konsole an der Wand. Ein Kasten oder sowas. Mit den Schaltern solltest du die Käfige isolieren können. Okay. Halt durch. Okay. Ich glaube halt, wenn wir den zurücklassen, ist er halt pisst. Und dann lässt er uns vielleicht, wie bei Until Dawn, in der ganz wichtigen Situation nicht rein. Macht die Tür nicht auf. Und dann sterben wir. Das war ein Until Dawn so. Übrigens auch auf dem Kanal könnt ihr gerne abchecken. Ich habe auch komplett gespielt. Schon fünfmal durchgespielt. Okay. Welcher Schalter? Schalter eins, zwei, drei oder vier. Woher soll ich das wissen? Hat er es gesagt? Ähm. Er ist ja an Zelle fünf. Ne? Er ist ja an Zelle fünf. Hat aber nichts zu bedeuten, oder? Oder kann ich das einfach ausprobieren, ohne zu sterben? Jetzt ist nichts passiert. Das war drei. Oh, das hat gestimmt. Oh ne, es war falsch. Jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich nicht die Tür von dem scheiß Werwolf öffne. Das ist viel zu gefährlich. Ja, weil du es verkackt hast. Okay? Das war's. Okay, tut mir leid, Mann. Bitte, bitte. Gott verdammt. Du bist hier besser, Mann. Was? Tut mir leid, Mann. Nein, 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 Alter, komm schon. Wir holen dich nach. Mach auf mit diesem scheiß Rhyden. Bitte, Rhyden, bitte, Alter. Wer weiß, was die mit mir machen. Komm schon. Du musst mich rauslassen. Lass mich bloß nicht hier. Schuss. Okay, wir müssen Jacob noch holen, aber das ist echt zu gefährlich. Jacob mag dich nicht. Egal, mich mag eh keiner. Nicht meine, Gott, nicht meine Enkelin. Nicht meine Kayleigh. Doch, genau die. Und du hattest die verdammten Betreuer in deinem Scheißknast für ganze zwei Scheißmonate, ja? Und jetzt erzählst du mir, dass du nicht ihre verschissenen kleinen Spatzenhirne weggeblasen hast, sondern sie mit deiner Silberwaffe meine Kayleigh erschießen konnten. Willst du mir das erzählen, Travis? Kein Blutvergießen mehr. Das hast du. Du gesagt. Mal, was, wenn ich's gelesen wär. Oder, äh... Oder Bobby. Was dann? Sie war Familie. Ein Mann beschützt seine Familie. Du bist nur kein Mann. Ich wünschte, ich könnte all das ungeschehen machen, aber ich kann's nicht. Der Arme. Ich kapier's nicht. Ich kapier nicht, warum... Wieso hast du das Problem nicht beseitigt, als du die Chance hattest? Das Problem beseitigt? Hörst du dich reden? Ja, ich höre mich reden. Ich mag alt sein, aber nicht taub. Ich bin bei der Polizei. Ach, jetzt bin ich blind, du scheiß Mistkerl. Blind oder blind? Oh, du wedelst mit deiner Marke rum, als wär's eine Million Dollar. Dabei hast du sie nur, weil Hank in dem großen Feuer umgekommen ist. Ma. Nicht Ma. Ma, gibt's nicht. Setz dich hin, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll. Bitte. Und spiel dich nicht auf. Spiel dich nicht auf, als wärst du was Besseres, weil's nicht stimmt. Jetzt setz dich, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll, du. Du Stück Scheiße. Der Arme. Ja? Die ist sehr sympathisch. Rhein, lauf! Ma, schick Bobby runter. Oh nein. Das ist sehr gut. Auch wenn's Gott weg und courst. Hat jetzt eigentlich echt keinen Sinn ergeben, dass die sich da hart schnappen lassen und sich nicht gewährt hat und nicht hochgeschossen hat. Verstehe ich nicht. Willkommen. Hast du mich vermilzt? Nein. Hoffentlich bringst du mir mehr meiner Karten. Sollen wir sie uns ansehen? Ja. Die Herrscherin. Sieh sie an. Die ganz oben fallen am tiefsten. Wie schade. Da hat sie ihre Monster genähert, nur um von ihnen getötet zu werden. Besseres hat sie auch nicht verdient. Wahrscheinlich die Mutter. Die Lebenden. Die Harmonie in ihrem Zwist beweisen stets die Funken ihrer Leidenschaft. Blut fließt aus dem Herzen. Du kannst es fast schmecken. Und es zu schmecken kann lebensrettend sein. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium. Aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Der Herrscher. Autorität, Patriarchat, Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso? Sollen sie bluten, sollen sie einander zerfetzen und verrotten? Okay, von was wollen wir mehr sehen? Dann such die mögliche Zukunft aus, die du sehen willst. Und sie genau hin. Der Herrscher kann der Kopf sein, ja? Versuche Klarheit zu finden im Chaos. Ich würde sagen, die Herrscherin brauche ich nicht sehen, weil das ist, glaube ich, die Mutter. Mich würde die Liebenden interessieren. Das Rad des Schicksals. Der Herrscher. Herrscherin brauche ich nicht. Der Herrscher ist wahrscheinlich der Polizist. Was ratet, ich würde die Liebenden gerne sehen, ob da vielleicht Nick und Abby gemeint sind, ob ich die irgendwie... Oder doch, das Rad. Die Leute sagen das Rad. Okay, das Rad. Um Himmels Willen. Geh, du hast noch Zeit. Pass nur gut auf. Pass wirklich gut auf. Mein Gott, Hilfe! Schon mal da gewesen? Am Schrottplatz? Nein. Hab nur das Schild auf dem Weg gesehen. Wie wär's, wenn wir zur Hauptstraße gehen? Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenn ich mich hier so viel besser aus als du? Klappe! Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren drei bis vier Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten... Was weiß ich? Ja. Was war das? Lass uns weitergehen. Okay. Ja, lade ich alles auf, YouTube hoch. Dankeschön für den Hype-Train, ihr Süßes. So sehe ich jetzt wohl aus. Was? Mit nem Haken sieht's cool aus. Wir nennen dich... Hooky McHookface. Oh, der ist so arm. Niedergeschlagen. Keiner wird mich mehr so behandeln wie vorher, stimmt's? Manche nicht. Scheiß drauf. Kämpfst du klar mit nem Einhändigen? Ich glaub ja nicht, dass es hier um mich geht, oder? Ich war... Lagerfeuer... echt kurz davor. Täusch ich mich, oder wär da beinahe was... Vielleicht der nächstes Jahr. Naja, schaffen wir erst mal dieses. Mit den beiden, oder mit dem, äh, Ryan? Ist aber am Ende auch egal, jetzt ist wenigstens klar, auf welchen Typ Ryan steht. Selbstsicher und... heroisch. Augenklappe? Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Haken. Oh, oh, ich glaub, es gibt viele Möglichkeiten zu sterben. Konzentration. So. Hey, die Sterne sind verschwunden. Da dem wird ausgemacht. Da ist der Bunker drin, wo das Tier drin war. Und da sind wir jetzt, um Gottes Willen. Was machen wir jetzt? Tja, machen wir es uns. Doch mal gemütlich. Oh, oh, da ist bestimmt keiner. Mit ein paar Cocktails, ein bisschen Fernsehen. Nein? Wieso bist du immer so positiv? Wieso fragst du mich das ständig? Äh, ich meinte eher deine Zuversicht und nicht dein. Was auch immer du gerade tust. Ich weiß nicht. Ich glaub, dass ich... nicht ertrag, wenn jemand traurig ist. Machst du deswegen das... Internet-Video-Dingsi? Internet-Video-Dingsi? Wie auch immer du es nennst. Die Leute glauben, es geht um die Aufmerksamkeit. Und... Und vielleicht stimmt das anfangs. Aber... Nach einer Weile macht es keinen Unterschied, ob du 4000 Likes oder 100.000 Likes hast. Ich mach gute Laune. Indem ich auf dumm mach. Vielleicht macht mich das dumm. Oder... Vielleicht mag ich einfach gute Laune. Ist doch voll okay. Ne Scheißnacht, was? Naja... Na los. Ich will es von dir hören. Ne Scheißnacht, sie kann mich echt am Arsch lecken. Lass mich los! Langsam mal! Lass mich los, du Schlampe! Ich blass dir die Birne weg! Jetzt kommt mal alle runter. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Mit einer Shotgun schon. Hab dich! Tritt dir rein! Jetzt reiche ich meine Arme, okay? NIEMALS! Boah, die ist stark! Oh mein Gott. Oh oh. Now we got a problem. Äh... Hört sofort auf! Hört sofort auf! Kannst du das? Was zum Teufel ist hier oben los? Wach auf! Ich glaub, das bringt nichts mehr. Wach auf! Komm schon! Wach auf! Wach auf! Oh, er hat auch... Er ist auch gebissen. Er hat auch... Er hat gelbe Augen. Das heißt, er ist auch gebissen. Oder er verwandelt sich gleich. Und dann haben wir ein Problem. Oh, ich würd mich ein bisschen schuldig fühlen. Oh, ich würd mich ein bisschen schuldig fühlen. Gottes Willen. Oh no! Er kann doch gar nichts dafür. Oh, passt ans Herz, ne? Oh, 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 oh. Lieber stecken lassen. Das ist das einzig Richtige, was man tun kann. Lungenstich voll unter's Herz. Au. Nicht rausziehen. Lass es da, wo es ist. Achso, das war rechts. Ich dachte, das wäre links. Glück gehabt. Okay. Ist nicht links. Oh, so ein Dreck. Nein, nicht rausziehen. Lass es. Messer herausziehen. Also, ich bin ja ein Freund davon, Messer nicht herauszuziehen, weil dann die Blutungen eventuell noch schlimmer werden können. Sollen wir es stecken lassen? Ich würd's jetzt tatsächlich stecken lassen. Ich hab das immer so gelernt mit, dass ich stecke, bis der Arzt kommt. Ja, wir lassen es stecken. Nein, das mach ich nicht. Ich glaub, das war gut. Außerdem haben wir jederzeit jetzt ein Messer bei uns. Ist auch gut. Oh mein Gott, das muss ich denn so spielen. Oh, fürchterlich. Das will ich gar nicht. Das ist... Davor, der boxt sich irgendwo an. Wie weh muss denn das tun? Aber die Oma, die Mutter hätte doch mich getötet. Hätte ich mich jetzt nicht gewehrt, oder? Ich glaub, das beschützen die uns halt nicht mehr, ne? Wer weiß. Kaylees Brief. Kaylees Brief. Den würde ich gerne lesen. Ich würd ihn gerne lesen. Ich würd ihn lesen. Kaylees Brief. Weißmaterial. Da. Äh... Darf ich den bitte lesen, meine Freunde? Was soll denn das? Komisch. Ja, glaub ich auch. Hättest du dich nicht getötet, hättest du dich umgebracht. Immer hat Laura... Ja, ich glaub auch. Ich hätte mich jetzt... Ich musste mich wehren, Leute. Wär gestorben. Ihr kennt es doch aus Resident Evil 7. Warte mal. Haben wir nicht gelernt, dass in Schranktüren immer Geheimwege sind? Nein? Nein? Okay. Nanya, genau. Nee, ich glaub jetzt auch, dass uns niemand was beschützt. Halt die Frage mit dem Karma, ob das so... Ich glaub, dass der Polizist uns aber hilft, weil zu dem waren wir wirklich immer nett. Und ich glaub, dass der Polizist uns hilft, weil wir waren ja wirklich lieb. Und die Mutter war auch dementsprechend scheiße zu dem. Ich glaub, wir haben einen Freund. Und... Okay, hier ist doch bestimmt irgendwas Spannendes. Das ist eine Karte, die brauchen wir. Ich weiß nicht, wir müssen irgendwie in diesen Raum... Lass uns mal noch ein bisschen weiter durchsuchen. Was? Es ist eklig, wenn er das Messer irgendwie bewegt. Schrecklich. Hi, da ist Scheiße drin. Was ist denn das für eine Riesenwurst, ey? Aus welchem Arsch kommt die denn? Holy shit. Aus welchem Arsch kommt das? Hm. So. Die, 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 die. Da ging das mit dem Werwolf-Gassi, ich glaub auch. Oh nein. Tür versperren, verstecken. Boah, schwierig. Versperren, dann würde sie aufbrechen. Ich glaub, ich würd mich einfach fast verstecken. Und zwar da, wo du vorhin drin warst. In den Schrank und das Bett. Oh Mann. In den Schrank oder unter das Bett. Unter das Bett wird er vielleicht kacken. Und... Schrank? Ich weiß es nicht. Ist alles so kacke. Das ist jetzt die Frage, ne? Und das Bett, da findet man mich direkt? Wer schaut schon unter das Bett? Boah, ich weiß es nicht. Ich hab Angst, dass er mir das Messer rauszieht, dann bin ich tot. Schrank, oder? Kann ich ihn besser abstechen? Mit dem Messer, das in mir drin steckt. Da ist ja auch nichts drin. Das heißt, er müsste ja theoretisch wissen, dass er... Oh, das hat er voll gesehen, oder? Hat er voll gesehen, denkt sich, du kackenug. Und er sperrt auch noch ab. Oh mein Gott. Okay. Und zwar... Jetzt. Bestimmt nicht so einfach mit so einem Messer im Rücken. Bitte hau ab... Nein. Oh Gottes Willen. Oh Gott, das war nicht gut. Oh nein, das ist ein Witz. Oh nein, mit dem Messer, oh Gott, das ist so schrecklich. Oh Gott, das Messer hat sich schön rausgehauen jetzt. So Michael-Meyer-Style, ne? Lauf doch einfach. Gar nicht so leicht mit einer Hand, ne? Du kannst dich nicht von mir verstecken, Wichser! Doch. Selber Wichser. Genau. Ja, wie so Jason-Helie-Win-mäßig. Verstecken, rennen. Oh Mann, das sind alles jetzt so dumme Entscheidungen. Ich glaube, ich renne einfach, oder? Verstecken bringt doch nichts. Von wem renne ich eigentlich gerade weg? Von mir selbst? Ach komm, ich renne einfach, oder? Oh Gott, jetzt machen sie mich fertig. Oh, da ist ein Spiegel. Sollen wir mal gucken, wo der Geist ist? Das solltest du jetzt auf gar keinen Fall tun. Nein. Don't. Nein. Obwohl ich gerne es tun würde, ich tue es nicht. Ein Spiegel. Genau. Ist die Frau vom Rollo. Ist das hier echt Bären? Die Jagderrungenschaften der Hackets. Wieso haben sie ein... Wieso haben sie Einschusslöcher und Verletzungen nicht verdeckt? Vielleicht dienen sie als Erinnerung daran, dass die Tiere wirklich tot sind. Gibt es hier noch irgendwas? Nope. Okay, lassen wir hochgehen. Ich habe Little Nightmares Vibes. Gott, diese ganzen Hirsche. Gnudis, es könnten auch wir sein. Schrecklich. Halt erstmal hier durchgucken. Wo man in den ersten offensichtlichen Raum rennt. Okay, dann dürfen wir. So, was ist das hier? Der Stammbaum? Der Stammbaum von allen, die gebissen worden sind. Hackets Stammbaum. Die Familie Hackett gibt es schon sehr lange. Sie ist tief mit der Stammbaum. Stammbaum. Mit der Umgebung verwurzelt. Kylie. Robert. Christopher. Kylie. Das waren die Kinder. Die werden sich nicht mehr fortpflanzen können jetzt. Das habe ich verhindert. Girl, ich würde es gerne lesen. Hier, in diesen Elektrokäfigen sollten wir Chris, Caleb und Kylie während jedes Vollmondes in der... Ah, okay. Camp, sie soll sicher verwahren können. Ich habe sie per Expressversand bestellt, damit sie noch vor den Kids ankommen. Ah, okay. Da waren also... Der Vater und seine zwei Kinder waren infiziert. Das letzte, was wir wollen, sind noch mehr Opfer. Wenn das Camp vorbei ist, brauchen wir sie nicht mehr einzusperren. Vielleicht können sie uns bei der Suche nach dem weißen Wolf helfen. Seine Fährte wittert oder so... Seine Fährte wittern oder so. Solange wir das Blut benutzen, kann nichts schief gehen. Ah, okay. Also sind es wirklich nur die drei gewesen. Die Mutter, der Ältere, also der Papa und der Bruder waren nicht damit infiziert. Und der Polizist. Mhm. Aber wahrscheinlich durch die Mutter dann, oder? Durch die Mutter, die alle infiziert hat. Die Sonne. Sonne ist immer gut. Tarokarte Sonne. Weiß ich von Phasmophobia. Die bringt Sanity. Die Sonne, das Versprechen des neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht vor Wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit und die Sonne wieder aufgehen sehen. Okay. Oh Gott, da ist der Geist. Das ist wahrscheinlich die Mutter, oder? Okay, dieser Geist kommt also auch noch. Ich verstehe den Zusammenhang nur noch nicht. Oh, sehr gruselig. Aber jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker! Oh mein Gott. Aber ich bin ja schon infiziert. Das heißt, es macht mir nichts. Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Das ist ja nicht. Ich sehe die im Moment. Aber er ist ja auch infiziert. Was ist denn? Was ist denn? Ich weiß nicht, woher ist aber ohne Stress? angreifen rennen er hatte ja auch gelbe augen weiß ich jetzt angreifen soll ich sehe ja gerade nichts wenn sie mit den opi töten will dann mache ich ja noch mehr wollte uns ja immerhin die ganze zeit ich renn mal oder er wollte uns auch die ganze zeit auch retten was er hatte nur gelbe augen im licht vorne ist nicht infiziert okay da kommen wir rennen der wollte uns die ganze zeit nur helfen und zu reifen wie ist deine position wo seid ihr genau er hat keinen schuss mehr und kann er auch gehen jetzt geht es auf oh ja 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 take us gestor möchte so versuchen zu retten ja ist check auf uns wichtig da muss ich den opi aber töten ja retten shit also opi töten nicht licht ausmachen oder rennen bringt nix ist es mal nach wieso sperren sie ihn wohl ein wer soll das sonst sein verdammt ist das sie hat das sagen du hast dich schon mal getäuscht vielleicht ist es sogar nick dein freund okay sie sagten sie hätten schon zwei von uns erledigt was immer das heißt wer das auch ist er er geht nirgendwo hin denkt dran wir müssen sicher sein wie versprochen rein rein du musst mich hier ausholen ernsthaft man sie geklaut du dummer idiot ich glaube man spielt jetzt nur die szene und dann geht es wieder zurück weil er kommt ja einfach nur also müssen ihm helfen wie ist denn die türkombination ich bin dadurch okay also ich weiß nur dass du meine tür und die da öffnen und definitiv nicht die tür oh cool danke okay wirklich man ich will nur helfen nein fick dich ich will nur okay da ist eine konsole an der wand ein kasten mit den schaltern solltest du die käfige isolieren kann okay halt durch so drei und zwei hatten wir doch freuen schon oder also drei und vier habe ich gemacht ne das ist jetzt die frage wir hatten vorhin drei und vier aber drei war ja korrekt deswegen drei und zwei eins ist ja vielleicht die oder war es drei und eins ich probiere jetzt drei und zwei okay jetzt noch eine online welche denn noch weitermachen zurücklassen auf jeden fall weitermachen ich krieg das nicht gleich ist es denn jetzt noch trier dich alter dann eins und dann zwei und dann die 22 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 Oh, verdammt. Danke, Leute. Oh Gott. Danke. Wo sind die anderen? Ähm, Jake. Emma ist nicht dabei. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber du musst zu ihnen gehen. Nur pass auf. Wir sind durch die Mine rein. Ich weiß nicht, ob es da auch rausgeht. Oh Gott, ja. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Nein, ich bringe die Oma nicht um. Wir machen das jetzt mal anders. So, wir bringen die Oma jetzt mal nicht um. Hab dich. Jetzt reiche ich meine arme Kehle. Lass mich los, verdammt. Du tust keinem von uns mehr weh. Das war's dann. Hör sofort auf! Okay. Das heißt, die jagen dich jetzt auch nicht. Mach halt jetzt den Mund. So sprichst du mir aber nicht mit deiner Mutter. Ja, Sir. Ach, das war wahrscheinlich diese Karma-Karte, dass man nicht überreagieren soll, ne? Was zum Teufel ist hier oben los? Wir werden sie nicht mehr beschützen, Bobby, weil sie Kaylee das angetan haben. Ich lege die Waffe jetzt weg. Ablenken, rennen. Oh je, was mach ich denn jetzt? Ich glaub, er kriegt das Messer so oder so rein, oder? Ablenken. Rennen bringt ja nichts, oder? Es sind ja viel zu viele Menschen im Raum. Was zum Teufel tut sie da? Nein, ich spucke nicht. Nein, ich spucke nicht. Also ich glaub nicht, dass sie tot ist, weil wir haben jetzt keine Nachricht bekommen, dass wir sie wiederbeleben können. Deswegen glaub ich nicht, dass sie tot ist. Believe me. Messer nicht herausziehen. Nein, ich glaub nicht, dass sie tot ist. Nein, das mach ich nicht. Das hätten wir jetzt die Nachricht bekommen. Ey, die ist wichtig. Willst du die am Leben behalten? Deswegen glaub ich's nicht. Rennen da die Jessica von Until Dawn, Leute. Die war auch noch am Leben, obwohl wir dachten, die wäre zehnmal tot. Das war schon okay so jetzt. So. Kann ich den Zettel vielleicht jetzt auch erst mal lesen? Nächstes Auge weg. So, warum können wir das nicht lesen? How long we... Was again? Was... Okay, jetzt werden die aber auch nicht gerade gejagt, oder? Einfach nur der Schrank, den ich angucken kann? Okay. Wir sind noch irgendwas. Genau diese riesen Scheißhaufen. Damit ich weiß, dass ich unter das Bett kann. Also gehen wir jetzt unter das Bett, oder? Das ist so eklig. So ein riesen Scheißhaufen. Also wirklich ein gigantischer Scheißhaufen. Da war die Karte drin, ne? Dann gehen wir jetzt mal unter das Nest. Wir gehen jetzt unter das Bett. Türversperren bringt nichts, der hat ja einen Schlüssel. Gehen Sie mal unter das Bett. Liebhin Schwäbin, hört man das so arg, oder was? Keiner geht hier freiwillig in dieses... ...Kackbett. Was lasst los, wenn es sicher ist? Wann ist es denn sicher? Jetzt? Shit, ich glaube, Schrank wäre besser gewesen, ne? Oh nein. Oh nein, das war zu früh, oder? Wie dumm kann man denn sein? Wieso geht er denn jetzt raus? Ist ja absolut dumm. Oh mein Gott. Oh Gott. Wie laut willst du sein, ey? Ich bin zu früh raus. Oh mein Gott. Egal. Du kannst dich nicht von mir verstecken, Wichser! Selber, Wichser! Das war auch trotzdem besser. Aber ich hätte nicht... Ich hätte noch ein bisschen länger durchhalten sollen. Na da, schau her. Was zum... Wir leben! Wunder! Es ist ein Wunder. Jetzt können wir ja auch noch alles in Ruhe durchsuchen. Schaut mal. Und wir finden rein gar nichts. Wir finden wirklich rein gar nichts. Oh, da. Oh, da liegt ja jemand. Ach, das ist die Kathleen, oder? Boah, ich werde aber auch schon langsam echt... Was ist die? Okay, war doch besser, dass wir zurückgespult haben. Weil jetzt haben wir... ...mehr Auswahl. Ich würde mich hier einfach liegen lassen, die Arschlöcher. Ich bin jetzt aber komplett anders. Hier, dieser Schrein sieht doch sassi aus. Habe ich kein Licht? Okay, dann gehen wir mal hoch. Wird mal interessieren, wo Nick ist, eigentlich. Ich glaube, wir haben jetzt schon viele richtige Entscheidungen getroffen. Ich glaube, wir haben vorhin echt viele blöde Entscheidungen getroffen. Mir fällt die Musik irgendwie so ein bisschen an Detroit, diese Geigen. Wo gibt es hier interessante Sachen für mich? Einfach nur ein Trainingsraum. That's it. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Da bin ich ja vorne rausgegangen. Jetzt kann ich mich ja in Ruhe umschauen. Achso, da geht es gar nicht weiter hier. Wegen dem umgestürzten Stuhl. Aha. Okay. Gut. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir gleich den Opa treffen. Das ist ein volles, gruseliger Haus. So viel unnötige Flure, ey. Let's go. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Papier brauchen wir nicht spielen. Aber das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Hier. Kriegt das hier echt Bären? Gut. Ein Geistergegenstände. So, das Klavier lassen wir mal, weil das ist eh nur auf dem Klavier spielen. Let's go. Da müssen wir das auch noch abchecken. So. Der Stammbaum. So, das war wichtig. Dann können wir weitergehen. Und dann sind wir auch jetzt wieder da, wo wir waren. Oh, die Sonne. Nehmen wir mit. Oh, sie sind jetzt beide. Wie geht's, Rätzchen? Mhm. Mhm. Keine Schusswunde? Mir geht's besser. Sie ist infiziert. Sie ist gebissen. Oh. Willst du nochmal schießen? Hat letztes Mal ja toll geklappt. Ich hab vielleicht nicht genug Silber, um dich zu töten. Aber ich kann dich leiden lassen. Oh, ja. Boah, jetzt muss ich wehtun, ey. Oh, yeah. Rennen. Elendes Drecksstück. Steh auf, komm schon. Jack, steh auf. Wieso sagst du das? Wie ist deine Position? Wo seid ihr genau? Lass sie nicht laufen. Halt sie auf. Kein Schuss mehr. Hier oben meine ich sehr an die von Resident Evil 7. Oh, oh, jetzt ist der halt frei, ne? Wer auch immer das ist. Wir wissen es ja nicht. Sie kann im Dunkeln sehen. Sie ist eine. Wo bist du? Jetzt schaue ich zu, wie du grepierst, Mädchen. Jetzt kommt's gleich drauf an, wie gut wir mit ihm waren, ne? Oh, yeah. Ich glaub, das war sehr gut. Das wird jetzt alles andere als angenehm. Das verspreche ich dir. Ich glaube, das war sehr gut. Oh, yeah. Oh, nicht schon wieder. Ist doch eigentlich eher am besten, wenn man so lang gedrückt hält, bis es ganz aus ist. Der dreht halt 100 pro eh wieder um. Ich halte es trotzdem nochmal Luft an. Ich vertraue dem Ganzen nicht. Das war so klar, ne? Es ist so... Ich glaub, ich hab's verpasst, ne? Atemberaubend. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ich weiß nicht, warum ich's geschafft hab. Oh Gott. Komm schon, Mann. Du musst mir helfen. Ach ja? Ja, versprochen. Ich werd nichts verraten. Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst krieg ich Ärger. Ich stech nicht zu, sonst ist mein Messer draußen. Dann sterbe ich, verblute ich. Bitte! Du Messerlieb! Oh nein! Oh nein! Oh nein, gebissen! Leg dich lieber mit mir an! Travis! Oh oh... Das ist ja wie ein Twilight! Es tut mir leid. So schlimm, ja? Oh! Ich geb wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Mithühlend. Ist nicht deine Schuld. Nicht deine Schuld. Ich hätt nicht kommen müssen. Ich hätt's verhindern sollen. Du bist doch nicht mein Boss. Sorry. Ist okay. Sterbe ich jetzt? Du hast viel Blut verloren. Aber es halt wieder. Die Vision von den Liebenden, ja. Ja. Warte. Vielleicht. Vielleicht ja doch. Was? Ryan. Wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Aber es heißt auch... Ja. Ja. Versteh schon, böser Wolf. Ja. Ach. Ryan, ich hab nicht viel Zeit. Ich spür, wie es aus mir heraus... Brechen... Will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris. Du tötest einen Wehrwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Chris wird eh sterben, aber dann bringe ich ihn um. Entscheide, wenn's geht. Tun wir's oder nicht? Annehmen. Oh je. Okay. Ah. Weich und saftig für dich. Dann muss ich sie jetzt aber auch zusammenreißen, ne? Wegziehen. Nein, jetzt ziehen wir's durch. Okay, 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 okay. Ah. Gleich wirst du dich besser fühlen. Bald, glaub ich. Vielleicht war es auch zu spät. Ah, da lass. Fuck. Wir müssen weg. Wir müssen... Oh je. Von dir würde ich mich auch beißen lassen. Die Frage, ob das gereicht hat und dass sie auch wissen, dass es überhaupt funktioniert, dass er nicht schon zu tot ist. Hm. Was muss ich schaffen? Diese Typen werfen nie was weg, ha? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir... Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Geht klar. Sieht aus, als hätten wir viel Arbeit, was? Versuch keinen Lärm zu machen. Oh, klar. Hast du schon was? Noch nicht. Such weiter. Oh je. Ich empfehle es auf jeden Fall. Also es ist super. Super, super, super. Super viel zu lachen. Super viel gestresst. Super. Die Quicktime-Events sind auch nicht so brutal schwer. Das habe ich ja immer gehasst. Aber die Entscheidungen sind trotzdem krass. Man hat aber Leben und darf, wenn man will, nochmal Dinge umentscheiden, was ich cool finde. Ähm, Grafik unfassbar. Also einfach nur geil. Also hätte ich nicht gedacht. Muss ich sagen. Also es ist ja auch echt von den Machern von Until Dawn. Wirklich von denen. Das merkt man auch. Das ist schon sehr, sehr cool. Push the button. Don't push the button. Oh nein, das ist so laut. Oh nein. Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Das ist kein Problem. Ich lade euch das auf meinen Kanal hoch, auf meinen Zweitkanal morgen direkt. Eigentlich ist eine Version schon fertig. Die verarbeitet gerade nur noch auf rund 720. Sobald es nahe ist, schieße ich euch schon mal die ersten vier Stunden hoch. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Ja, die haben halt gehofft, dass wir uns dran halten, ne? Wer ist Tee? Mhm. Liegt aus, als hätten sie die Bücher gefälscht. Komisch. Du sagst es. Okay. Dann. Gucken wir hier mal. weiter. Hier muss bestimmt noch irgendeine Tarotkarte sein, nehme ich mal an. Eine Tarotkarte, bitte. Das ist nicht gut, glaube ich, wenn es angeht. Oh, hier ist doch bestimmt was. Komm schon, gib mir was. Gib mir was Specialhaftes, dadurch, dass ich hier durch bin, Mann. Hey, wie sollen wir denn hier was finden? Hahaha, wir sind zwölf und müssen dumme Bilder in den Chat schreiben. Oh mein Gott, manche Menschen sind so peinlich, einfach nur. Grow up, Mann. Ich glaube, hier gibt es extrem viel zu finden. Wir gucken ja auch nicht mal in Autos. Okay, let me see. Gar nichts, keine Taro-Karte, nichts, lauf mal ihr hinterher, sie wollte ja da hinten lang. Ach, das Auto von den anderen, ah. Wie kriegen wir das jetzt da runter, ob das alles noch auf Strom läuft? Also, hast du schon mal nen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, ah ah. Oh, jetzt hör ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Ängstlich oder mutig und pass auf mich auf. Bekomm ich ein bisschen Schutz, ich würd sagen, pass auf mich auf. Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Mit einer Hand ist das alles nicht so leicht. Aber er kann halt auch keine Waffe mehr bedienen, ne? Das ist schon scheiße. Na gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Ich hätte keine Ahnung, ob es stinkt. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Ach, Scheiße. Keine Ahnung, wie ich sowas bediene. Okay. Dann mal los jetzt. Großartig. Wie sie sich freut. Ja, äh, ich hab meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit. Wir sind aber sehr laut. Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Ah, Treffer. Oh nein. Wir müssen den Kylie Wahn, warte mal, Kylie Wahn Auto aufheben. Äh, ist sie im Auto? Nee, ne? Ich würde sie warnen. Ganz einfach, oder? Oh, Scheiße. Was? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Auch das Schwingen? Ich glaube nur Schwingen bringt was. Oh, nein. 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 Prend С Тем conoi! Oh, nein. Oh, nein. Ich bin schack, du Krieger. Oh, Cont одна, dieci!.. Oh mein Gott, wie konnten wir das überleben? Oh, wenn das Nick ist. Stimmt, du wüsst ja gar nicht, was das war. Dylan, danke. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Ja, kein Ding. Bin ja gespannt, wen sie auswählen. Was? Für meine Rolle im Film darüber, wie mutig ich bin. Übertreib's nicht. Okay. So. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Tch, besser als hier offen rumzustehen. Los. Oh Gott, Weg aktualisiert. Ich dachte schon, sie muss sterben. Ich hätte eigentlich gedacht, ich muss hupen, weil ich dachte, das tut ihr in den Ohren mehr weh. Wir müssen was tun. Was denn? Dylan sagt ja, hier ist sicher. Naja, ich will, will nur nicht hier rumsitzen. Aber mehr müssen wir nicht machen, nur bis zum Morgen warten, oder? Aber wir brauchen Schutz. Sieh, was du finden kannst. Es ist besser als nur rumsitzen. Aber er war hier nicht dieser Ian. Oh, eine Karte. Iropa. Iropant. Wollte ich eigentlich lesen, aber dann halt nicht. Das sind die Kratzer von dem Angriff auf, äh... Oh, fuck. Den Freund. Wir haben jetzt letztes Mal nicht richtig umschauen können. Aber vielleicht finden wir auch das Hundehalsband. Boah, es ist dunkel. Muss hier nicht irgendwo das Hundehalsband sein? Vielleicht da hinten. Leuchtet denn da so? Was ist das? War nicht irgendwo das Hundehalsband? Ah, da bin ich da lang gelatscht, hier. Hier bin ich lang gelatscht, letztes Mal. Irgendwas müssen wir jetzt ja finden. Es ist so dunkel. Was gefunden? Oh, ich check nur die Leiter. Ist da eine kleine Tür oben? Äh, ja. Dann mach sie auf. Warum? Wir wissen nicht, was da ist. Ganz genau. Hast du denn nicht aufgepasst? So gar nicht? Okay. Was ich meine ist... Könnte gut sein, dass wir einen Fluchtweg haben. Weißt du, wir wissen nicht, was in der Lodge ist. Okay, jetzt sind wir im... Ach. Ah, okay. Jetzt sind wir bei dem Chris im Büro. Das hätten wir also gefunden, wären wir quasi im Büro runtergegangen. Ganz am Anfang, was wir nicht gemacht haben. Da kommt man nämlich da wieder raus. Wir wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühl mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Stopp jetzt. Du riechst du das? Nein. Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht. Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fine. Okay. Müssen sich viel Beweise sammeln, ne? Was ist das? Beweis, dass wir richtig sind. Sieh an. Ja, dass ich dich besser sehen kann, mein Herz. Pssch. Hier sind diese Kack-Spritzen alle. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Ja, sorry. Hatte einen kurzen Ausfall. Keine Ahnung, warum. Aber wir sind wieder Back in the building. Ich denke, das ist Chris Hackett. Ach, das ist Chris. Der kettet sich immer an. Aber ist Chris nicht weggefahren? Wahrscheinlich eine Ausrede, ne? Oh Gott, nicht jetzt. Nicht jetzt. Komm schon. Oh nein. Silberbeschlag. Bobby? Die Waffe! Oh! Oh! Hey! Ich hoffe, das war richtig. Ich hoffe, das war nicht sie. Hä? Wie hat sie sich zurück verwandelt? Uff, das war zum Glück der Richtige. Aber wen haben wir jetzt erschossen? Warte. Ach so, weil wir Chris erschossen haben, hat sie sich zurück verwandelt. Ah. Du denkst, das ist vorbei? Das ist es nicht. Ich versteh's nicht. Chris ist tot. Chris war nicht der Erste. Das ist unmöglich. Caleb. Kaylee. Das tote Mädchen. Ihr Bruder. Was? Caleb bis Chris und Kaylee. Chris wollte sie nur beschützen. War ein guter Mann, mein Bruder. Ah, es ist Caleb. Aber wer bis Caleb? Caleb ist ja tot. Silas. Ah. Verfolge ihn seit Jahren. Das kleine Kind von der Mutter vom Zirkus. Ein Streuner, Rumtreiber. Er war schon lange nicht mehr hier, aber wir hofften, wir könnten es beenden. Zwischendurch gab es Sichtungen an der Küste. Ein wildes Albino-Kind. Großer weißer Wolf. Weißer Wolf. Was? Was sagst du? Wo? Wo hast du ihn gesehen? An den Hütten, früher am Abend. Ah. Okay. 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 Okay, ergibt Sinn. Alles ergibt Sinn. Er ist seit Monaten zurück und er lief euch vor das Auto vor zwei Monaten. Ah. Hilft mir. Hilft mir. Wir können Caleb retten. Wir können den Rest meiner Familie retten. Wir. Wir können denen helfen, die noch leben. Und Nick. Wieso soll ich ihnen trauen? Ich will nicht, dass du mir vertraust. Ich sag dir, wir beenden das. Wir töten Zahles. Und allen geht's besser. Jedenfalls. Denen, die noch leben. Okay, okay. Und... Wo sollen wir ihn finden? Ich weiß genau, wo wir ihn finden. Okay, los geht's. Okay. Das heißt nicht, dass ich vergebe, was sie getan haben. Ich verstehe. Und kann ich bitte was zum Anziehen kriegen? Wie die da steht. Aber da müsste doch jetzt ihr Freund auch wieder normal sein, oder? Du hattest deine Chance. Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Ist sie vielleicht die Mutter, die Hexe? Der Geist? Ist ja nur die Wahrsagerin, ne? Ach, nicht. Ist ja noch Zeit. Wir könnten es noch schaffen. Passiert ist passiert. Lass uns jetzt... Nur noch nach vorn schauen, okay? Sie ist auf jeden Fall nicht für die Wölfe. Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit und die Sonne wieder aufgehen sehen. Deswegen der weiße Wolf auf der Karte, ja. Der Hierophant. Wo hast du ihn her? Wo hast du ihn her? Er darf nicht hier sein. Er hat genug durchgemacht. Nein, nein, nein. Oh. Mein Baby. Oh, das ist die Mutter. Siehst du, was sie uns antaten? Ach, das ist doch die Mutter von dem. Vor sechs Jahren, Eliza. Oh nein. Was haben sie getan? Für das? Du weißt, sie getan. attending. Oh! Nein! Ah! H Oh Gott, nein. Silas, mein Junge, nein! Ach, das ist er. Dann ist sie doch der Geist. Jetzt ist er weg. Oh, oh, okay. Lauf. Lauf. Ich hätte jetzt auch sterben können, ne? Lauf. Lauf. Die hat jetzt geschnallt, dass das gar nicht der... Ich glaube, dass sie geschnallt hat, dass das gar nicht der Silas war, sondern der noch lebt und ein Werwolf ist und deswegen hat sie sich das Zeugs ins Gesicht geschmiert, dass er sie nicht angreift, oder? Bin mir nicht sicher. Sie hat die Flasche genommen, die Anti-Werwolf-Flasche. Das war Anti-Werwolf-Blut. Nein, nein, nein. Mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Dieses Grauen. Er ist da draußen, ganz allein. Unterm Vollmond jagen sie ihn, gewappnet mit Silber. Denken, sie brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen, als sie meine Show vor sechs Jahren abfackelten. So dumme Kinder. Kleiner, kleiner Silas. Mein kleiner, weißer Wurf. Ich muss ihn beschützen. Du darfst nicht diesem Weg folgen. Hast du verstanden? Ich habe dir doch die ganze Zeit geholfen. Oh je. Ich habe so viel für dich getan. Die Arme. Sie ist eine Hexe. Insel. Ziegel und Mörtel. Oh Mann. Was? Es ist auch wieder normal. Wieso bin ich auf einem beschissenen Baum? Laura! Blut. Du bist wieder normal. Scheiße, wie komme ich jetzt runter? Na, jetzt weiß ich es. Wo ist denn Nick? Wo sind meine Klamotten? Ich glaube das alles nicht. Okay. Jetzt suche ich Laura. Erstmal geduscht. Geil, er hat die Klamotten an von ihr. Witzig. Wir wären viel besser dran gewesen im Harbinger Hotel. Okay, ist richtig schick. Look at this. Ich dachte es mir doch, dass die Hexe, der Hexe, die uns die ganze Zeit verfolgt, sehr ähnlich sieht. Das heißt, die Wahrsagerin hat uns in unserer Geschichte beeinflussen wollen, damit wir ihr Kind nicht töten. Den weißen Wolfi, der sieht bestimmt richtig gruselig aus, weil der bestimmt so richtig gruselig groß ist. Den haben wir also angefahren. Das wäre so richtig geil, wenn irgendwie so ein Horror-Multiplayer-Game so aussehen würde, oder? Das wäre richtig cool. Aber wer war denn dann der Ian? Da haben wir doch auch noch so ein Halsband gefunden. Ja, vielleicht erfahren wir es noch. Weil da war ja ein Halsband. Ey, ganz ehrlich, wie gruselig muss es sein, alleine schon irgendwo rumzurennen? Und dann noch, wenn du weißt, da laufen Werwölfe rum. Oh, das ist die Cap von meinen Girl. Also war sie hier. Ja, die ist vor dir weggerannt. Die kann ich ja gleich aufziehen. Ja, süß! So geil! Ich würde aber gerne noch ein bisschen weitergucken. An der Ufer, ich will bleiben. Hier noch ein bisschen weiter erforschen. Hey! Ups. Ist Kleiner auch okay? Oh, stimmt. Aber dann kommen die doch rein, oder? Fand ich gut. Stimmt! Achso, ja, stimmt. Nein, wir wären mal froh. Aber wir hätten doch einfach mit einem Boot aufs Meer, auf dem See schwimmen können. Also eigentlich hätten wir einfach alle mit einem Bötchen auf die See fahren können. Dann hätten wir keine Probleme gehabt, oder? Hier war ich ja schon überall. Hier war ich ja schon überall. Ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas finde, oder? Da waren wir ja schon überall. Hier ist ja auch zu. Vielleicht geht die Tür hinten auf. Nee. Okay, dann lassen wir es mal hochgehen. Hier geht auch nix. Let me see. Scheiße, die müssen echt Probleme haben, wenn sie so betteln. Dass ich das hier nie ganz lesen kann, verstehe ich nicht. So, jetzt. Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, als meine Mutter und mein Vater 1953 das Sommercamp in Hackwoods Quarry gegründeten, war es ihre Vision, einen Ort zu schaffen, an dem Kinder aus dem ganzen Land die wahren Wunder der Natur erleben können. Ich bin stolz darauf, ihr Vermächtnis bis heute fortzuführen. Die Lodge des Camps besteht, seit wir unsere Tore geöffnet haben. Doch dieses Vermächtnis und auch die Lodge selbst ist nun in Gefahr. Da sich laut Statikergutachten herausgestellt hat, dass das Mauerwerk Schornsteins dringend ausgebessert werden muss, Leider muss ich ihnen jedoch mitteilen, dass wir an dem nächsten Jahr die Teilnahmegebühren 5% pro Person erhöhen müssen. Wie sie sich einfach rumgedreht hat. Schium. Hier waren wir noch nie oben, ne? Endlich ein Name zu der Hackfresse. Du bist also Mr. Ages Bruder, schätze ich. Wer? Der Riese von vorhin, als du mit Ryan zum Schuppen bist. Mr. Ages Bruder vielleicht? Klar, klar. Mhm. Okay, es sieht wirklich aus wie das Haus von Until Dawn. Es ist doch kein Zufall, oder? Das ist schon Absicht gewesen. Wie lange ist der Typ schon hier? Dieses große und überhebliche Öl-Gemälde von Septimus Hackett. Septimus Hackett, das ist eben eine Krankheit. Ich leide an Septimus Hackett. Das ist lange Zeit her. Lang genug, dass es ganz normal war, sich ein Öl porträtieren zu lassen. Jetzt will ich auch ein Öl-Porträt von mir. Weiterschauen, auf Angriff vorbereiten, weiterschauen. Besser, ich suche weiter. Okay, das heißt, wenn wir hier hingehen, dann startet die Party. Boah, das ist hier riesig, ey. So viele Möglichkeiten. Und so viele... Da haben die Kinder mir ihre Horror-Stories gemalt. Und hier waren die Klassen. Was steht da? Rip. Ian! Au! Aber Ian, das Camp-Maskottchen krepierte, bevor es losging. Hä? Ian? Eigentlich ziemlich... Ian ist doch das Andenken des verstorbenen Camp-Maskottchen. Ah, da war auch ein Halsband von Ian. Ach, es wurde wahrscheinlich... Haben wir ein Maskottchen? Es wurde wahrscheinlich... Nein, hatten. Nicht mitgekriegt? Nein, was? Er starb vor Beginn des Camps. Ach, der wurde gegessen. Wie blöd. Deswegen, Ian war ein Schaf. Und das Schaf war unten und wurde gefressen. Deswegen haben wir das Halsband gefunden. Oh, armer Ian. Ian, das Schaf. Es wurde gesnackt. Es wäre eigentlich witzig, wenn das nach... Until Dawn spielt und die quasi dieses Haus verkauft hätten, um dort ein Summer Camp zu machen. Schmuck, der sich im Handgemengel gelöst hat. Was ist das? Ein Ring. Mit Wappen drauf. Ah, wirklich fancy. Zu dir passt er nicht. Sorry. Danke, du Arsch. Arsch. Erinnert mich an Mr. Hs dämliche Ansagen. Wow. Oh, das könnte gut sein für diese Hunde. Mach es kaputt. Schade. Vorsicht, du hast da ein Camp-Relikt. Egal, ist eh kaputt. Ah. Wo ist denn Pies-Megafon? Das wäre gut gewesen, wegen dem Geräusch. Dammit. Was ist das? Bildkameraaufnahmen. Als würden sie was suchen. Ja, wen wohl? Den weißen Wolf? Ja, äh, in Chris' Kontrollraum. Da lagert er die Videos. Du hast vielleicht recht. Sehr gut. Sehr viele gute Beweise hier. Okay, ich wollte die Phasmophobia-Farmhaus-Map. Stell dir mal vor, Phasmophobia würde so aussehen, ey. Das wäre doch insane. Das wäre doch insane. Okay, wir gucken nochmal weiter. Ich glaube, sonst könnten wir uns schon mal auf den Kampf vorbereiten. Ich würde trotzdem nochmal gerne unten gucken. Hier war ich ja, glaube ich. Und dann gucken wir, dass wir starten. Ich glaube nicht, dass wir Silas helfen müssen. Ich glaube, dass einer, der da rumläuft seit Jahren und alle ansteckt. Ich glaube, wir müssen ernst, ernst sein. Hier war die Küche, da war ich noch nicht. Ich bin ein fröhlicher Habbelhabe. Was denn ist das? Und was ist jetzt damit? Das ist doch ihr Rucksack. Okay, whatever. Gut, dann lasst uns mal hochgehen, Leute. Ich glaube, jetzt wird es ernst. Let's get ready to battle. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich weiß nicht, wie der es aushält ohne eine Hand. Aber irgendwie überlebt er es. Frag mich nicht, wie er es macht. Okay. Dann, glaube ich, können wir rein in den Stüssel. Weiterschauen auf Angriff. Ich weiß halt nicht, ob immer weiterschauen dasteht, weil man jetzt noch weiter gucken kann. Oder ob das symbolisiert, man hat noch nicht alles gefunden. Oder trotz, dass man alles gefunden hat, es einfach nicht gezeigt wird. Das weiß ich halt nicht. Ich würde sagen, jetzt machen wir erst mal auf Angriff vorbereiten. Würde ich behaupten. Oder doch nicht? Oder schaut sie irgendwo hin? Okay. Kaninchen kann ich aber nicht werfen. Die sagt dazu nichts mehr. Oder? Kann ich das Kaninchen werfen? Kann ich mit den Kaninchen noch was machen? Ja oder nein? Sonst bereite ich noch vor. Okay, dann bereite ich mich jetzt vor. Auf Angriff vorbereiten. Let's go. Tag und Nacht rund um die Uhr im Sommer. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und ist der Weg auch weit. Freundschaft führt uns für alle Zeit. Ich bin stark, denn ich bin hier. Als Hacketeer. Du hast immer noch nicht den Text gelernt. Das ist 100% Silas. Aber wir wissen doch gar nicht, wer das ist, oder? Wir wissen doch noch gar nicht, wer das ist, oder? Ah, ist noch nicht okay. Wir haben noch Zeit. Gut. Puh. Jacob und Emma, ne? Was geht da? Stimmt, er ist ja schuld, dass wir in dieser Misere stecken. Vom Ohlen wird's nicht besser. Er hat ja das Auto manipuliert, damit wir nicht weg konnten. Schwein. Was will ich denn jetzt tun? Bestimmt nicht nackt irgendwo im Wald heulen. Was ist denn da draußen los? Sollten wir die anderen suchen? Nein. Wir sind hier sicher und bald ist morgen. Ich hab schon gar keinen Bock mehr. Oh mein Gott. Was zum... Oh mein Gott. Ach, weil es regnet, oder? Weil es regnet. Okay, was mach ich jetzt? Warten ist dumm. Der kommt 100 pro. Manchmal soll man warten, manchmal soll man rennen. Ich bin mir grad ein bisschen unsicher. Ich renne. Scheiß drauf. Geronimo. Okay. Okay. Geht los! Geht los! Geht los! Wir müssen doch irgendetwas tun. Ja, nur was? Alten Fenster. Äh, Fenster? Vielleicht schaffen wir es zu ducken und dann kann er raus in den Regen. Regen, Regen, Regen. Wir brauchen Regen. Ich glaube, der ist ein bisschen schneller als du. Oh nein. Die hat aber Nerven, ey. Sieht der uns nicht oder warum ist der so entspannt? Verstecken, rennen. Wir rennen. Versteck mich nicht mehr. Caitlin! Hier lang! Oh oh. Das war gut, oder? Oh ja. Nicht jetzt. Nein. Okay. 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 Und Geronimo. Aber der sieht doch im Dunkeln gut, oder nicht? Irre ich mich. Bitte geh einfach nur. Bitte geh. Bitte geh. Nein, du scheiß Ding. Oh Gott. Oh, das war aber nicht gut. Oh nein! Oh nein! Nein, 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 nein. Das gibt's doch nicht. Und er macht auch nichts, ne? Oh. Wie viel muss ich wieder spielen, wenn ich jetzt sage, dass ich ein Leben rette? Also, wenn es wieder die ganze Passage ist, lasse ich's. Hab keine Lust. Aber wahrscheinlich ist es nur das eine Quicktime-Event, denke ich mal, ne? Ein Leben benutzen. Ich glaube, es ist nur das Quicktime-Event. Das ist wahrscheinlich nur dieses Luftanhalten-Dings jetzt, ja. Echt jetzt? Als andere hätte ich auch nicht akzeptiert. Also muss ich dann loslassen, wenn der in der Ecke steht, ne? Also, ja. oh mein gott gefrierraum rennen ich renne oh nein dann ist er jetzt auch am arsch das ist jetzt aber echt frustrierend ich habe keinen pack up Äh, was ist vor sechs Jahren passiert? Naja, egal, Leute. Ihr könnt es ja selber spielen und dann könnt ihr alle retten. Jetzt ist dieser Hurensohn endlich hier. Das ist meine Chance, die Sache endgültig zu beenden. Woher wollen Sie wissen, wo er ist? Wie sollen wir ihn finden, wenn wir einfach mitten auf der Straße fahren? Hä? Lenkrad übernehmen, Waffe greifen. Äh, wer ist es? Ist es Silas? Warum sind wir alle am Arsch? Warum sind wir jetzt alle am Arsch? Lenker, oder? Ich bin gerade so unsicher, weil jede kleine dumme Entscheidung kann irgendwie negativ sein. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Los, runter! Jetzt brennen. Los! Wo ist er hin? Er kann doch nicht weg sein. Er kann nicht sehr weit sein. Boah, der ist schon weg. Sehen wir uns um. Sind Sie irre? Hörst du dich so? Sind wir schon da? Du bist okay. War schon besser, aber ja. Der traut sich was, ey. Bitte lasst ihn nicht sterben. Hier drüben. Hier ist Blut. Führt da lang. Was zur Hölle war hier los? Wow. Hier sind wir vor zwei Monaten von der Straße. Ach, stimmt. Jetzt überlegst du, ob du mir das Hirn wegschießt. Okay. Nur zu. Ich wehr mich nicht. Was? Weil er es nicht gesagt hat, ne? Stimmt, die Vögel zwitschern schon. Wir maskieren uns sonst mit Wolfsblut, aber meins ist alle. Ist riskant. Wir könnten sterben. Seid ihr bereit? Ach so, Wolfsblut, damit sie uns nicht angreifen. Entschlossen. Let's go. Bringen wir es hinter uns. Los, Team. Let's go. Deswegen war die Mutter auch im Wald, weil die nach ihrem Sohn ist. Der Sohn sucht. Der Lars, da was weiß. Das sind echt uncoole Vibes. Im Podcast klang das anders. Ihr habt keine Ahnung. Hier hab ich sie gesehen. Sie? Ich dachte, Max hat sie angefahren, aber dann kam ich hier raus und sie war was anderes. Wer? Die Frau, Mann. Die alte Frau. Sie hat irgendetwas immer wieder gebrabbelt. Oh mein Gott. Sie sagte Silas. Das ist unmöglich. Von wem redest du? Hab sie auch gesehen. In den Rumtunneln. In den Rumtunneln. Silas Mutter. Oder so. Wer war sie? Sie war Chefin des Wanderzirkus Sarum Scarum. kam vor sechs Jahren her. Hielt ihren Sohn in einem Käfig. Nannte ihn Silas, das Wolfskind. Starb im Feuer. Soll ihr noch rumspucken? Die Hexe von Hackett's Quarry. Und seitdem suchen wir diesen Silas. Wie kam es zum Feuer? Im Ernst? Jetzt noch Geheimnisse? Vielleicht war... Du hast meiner lieben Nichte Callie Hackett dieser guten Seele den halben Kopf weggeblasen. Sie wollte nur dem kleinen Jungen helfen. Eingesperrt von dieser Freakshow-Hexe. Was tat sie denn? Sie hat ihm helfen wollen. Travis. Sie bat Caleb, was anzuzünden. Nur als Ablenkung. Heubehallen. Ach, seine Kinder waren das. Damit sie Zeit hätten, Silas aus seinem Käfig zu befreien. Ah, okay. So ist es nicht passiert. Nein. In Minuten waren alle dort tot. Dieser scheiß Heubrand. Eliza und die Crew. Kaylee schaffte es, Silas zu befreien. Aber Caleb ist gebissen worden. Ach so. Deswegen... Die war eingesperrt, weil er halt schon ein Werwolf war. Und die wollten ihm helfen. Und dadurch hat er alle gebissen. Die Hexer hat sie verflucht. Töten wir Caleb. Deshalb jagen sie ihn. Und deshalb jagen sie ihn. Silas, meine ich. Jeden Vollmond seit sechs Scheißjahren. Sowas nennt sich Jäger. Da ist er jetzt 100 Pro und wartet auf uns. Was zu sehen? Negativ. Mist, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe nichts davon gewusst. Ah, okay. Das ist ihr Geist, der hier rum schwirrt und möchte, dass der Sohn nicht getötet wird. Wir sind nah dran. Habt ihr das auch gesehen? Auch wenn ich es bedauere. Ja. Ich verstehe. Deswegen war die da überall, weil sie nicht wollte, dass wir dem Sohn irgendwas antun. I see. Was ist das? Silas, das Weißkind. Hier muss es sein. Vorsicht. Was für ein kranker Scheiß. Mein Gott. Ich würde gerne sehen, wie der aussieht, wenn er kein Monster ist. Schieß, du dumme Kuh. Oh Gott. Waffe heben. Also auf jeden Fall, oder? Jeden Fall. Oder noch nicht. Reiki schießen oder noch nicht? Okay. Nee. Sind sie ganz sicher? Schieß. Ein Kind. Ein Kind. Oh. Nein. 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 Bitte lasst uns einfach gehen, bevor wir ihn als Mensch auch so sehen müssen. Dafür ist es zu spät. Oh, jetzt will ich ihn aber sehen. Hey, ich will ihn auch sehen! Hätten wir das nicht gemacht, wären jetzt alle drei gestorben, by the way. Also wer es probieren will, tut es gern. Der weiße Wolf ist dead. Wir haben zwei verloren. Wo ist Nick? Ich wette, du denkst, du hast alles durchschaut. Und hältst dich auch noch für verdammt clever. Ich wollte helfen. Ich wollte dich warnen. Ich fing sogar an, dich zu mögen. Nicht jetzt. Jetzt ist es aus. Nur deinetwegen machten sie das mit meinem Silas. Ich war heute Nacht bei dir. Und nur weil die Nacht vorüber ist, lasse ich dich nicht in Ruhe. Nein. Wann immer du etwas im Dunkeln hörst, ein Flüstern in den Schatten, eine Berührung im Nacken spürst, Das kommt dann von mir. Ich bin da. Das kommt dann von mir. Du wirst mich nie los. Du wirst mich nie los. Wo ist Nick? Ich bin daß. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Abigail schaffte es, sich in Chris Hacketts Kontrollraum zu retten. Kaum das Wichtigste ist, Nick lebt. Immer überlebt ihr die Nacht in Sicherheit von Chris Hacketts Kontrollraum. Oh Mann, Caleb erwischte Catelyn in der Küche und tötete sie kurz vor Sonnenaufgang. Und Dylan auch. Oh Mann, ey. Caleb wurde endgültig wieder menschlich. Da ist er ja. Witzig. Da ist er ja. Witzig. Da war das kleine Kind. Travis überlebte die Begegnung mit Silas und erlebte endlich das Ende des Fluches, der seine Familie sechs Jahre lang heimsuchte. Ryan wurde von der Wolfsinfektion geheilt, als er Chris erschoss. Und er schaffte es, den Schauder mit dem weißen Wolf zu überleben. Und Laura tötete Silas mit seiner einer Silberkugel und heilte so alle Infizierten. Yes. Da ist er. Silas. Laura hat Silas den Wolfsjungen in seinem Nest getötet. Der Fluch von Heikl ist nur gebrochen. Vier Tote. Leider. Es wären eigentlich zwei gewesen. Das ärgert mich. Mensch. Leichenfund bei mysteriösem Mordfall im Sommercamp. Was sagst du dazu, Anton? Mieser Journalismus. Ein ungeklärter Mord ist doch nicht zwingend mysteriös. Ja, das würden wohl die meisten Journalisten sagen. Aber vielleicht vermuten die in Northkill übernatürliche Einflüsse. Genau wie ich. In Northkill gibt's wahrscheinlich auch wenig Konkurrenz. Die werden nicht gerade die besten Schreiberlinge haben. Okay. Können wir jetzt den Podcast vorstellen, bevor du ganz dem Zynismus verfällst? Ich dachte, das Hackett's Quarry-Thema wäre durch. Nicht dieses Hackett's Quarry-Thema. Ist das nicht schon drei Monate her? Ein alter Hut. Zuerst das Intro, Anton. Hier ist Bizarr oder Banal, der Podcast über Paranormales. Ich bin Grace. Und ich bin Anton. Gemeinsam untersuchen wir mögliche übernatürliche Einflüsse in alltäglichen Ereignissen des echten Lebens. Genau das sind sie. Alltägliche Ereignisse des echten Lebens. Hinter denen aber spirituelle, übernatürliche Einflüsse liegen. Nein. Okay. Also das hier wird dich gleich von den Sockenhauen, Anton. Sind sie denn auch gut versichert? Du fragst, ob ich eine Sockenversicherung habe? Klar. Man sollte seine wertvollsten Sachen unbedingt versichern. Socken? Ja. Interessante Prioritäten. Red weiter. Aus gutem Grund kommen wir nochmal auf Hackett's Quarry zu sprechen. Es gibt neue Entwicklungen und ich habe ein paar Informationen gesammelt. Ich bin skeptisch, aber ganz ohr. Und halte meine Socken fest. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Oh Gott. Du grinst. Wieso grinst du? Hör auf damit. Nein. Wofür habe ich sonst jahrelang eine Zahnspange getragen? Deine Zähne sind sehr hübsch. Danke. Das wussten viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts bestimmt noch gar nicht. Okay. Also ich habe einen Insider. Deshalb wird die heutige Episode besonders anschaulich. Was denn für ein Insider? Insider wovon? Was? Du hast gesagt, du hast einen Insider. Haben wir nicht alle einen Insider? Die innere Stimme, die sagt, hör auf, Podcasts zu machen, die sich kein Mensch anhört. Auf diese Stimme solltest du hören. Okay. Also eigentlich meinte ich, nennen wir es eine anonyme Spende. Weißt du, wir sind nicht die Einzigen, die das Ganze für bizarr halten. Jemand hat uns wirklich zugehört und ein Päckchen geschickt. Hast du? Du hast es doch nicht geöffnet. Ich traue keinem, der diese Show hört. Oh, ich konnte mich kaum zügeln. Überraschung! Anonyme Spende? Okay. Seit dem ersten Tag dieses Podcasts versprichst du mir, für alles offen zu sein, wenn es echte Beweise gibt. Stimmt's? Hast du doch gesagt, oder? Ja, das habe ich gesagt. Und ich weiß, weil ich weiß, dass es nie echte Beweise geben wird. Nur deswegen. Okay. Aber uns haben neue Infos erreicht. Und jetzt müssen wir entscheiden, ob sie bizarr sind oder banal. Na schön, legen wir los. Für alle zu Hause. Wir öffnen jetzt ein Paket von einem mysteriösen Absender, der sich diese Show antut. Falls du diese Person bist, gratuliere. Hast uns erwischt. Tut mir leid. Das ist echt gründlich zugeklebt. Mann, ist das viel Klebeband. Hilfst du mir mal? Hast du vielleicht einen Schlüssel, mit dem ich es einritzen kann? Nein, ich gebe dir doch nicht meinen Schlüssel. Nimm die Fingernägel. Jetzt gib mir den scheiß Schlüssel, Anton. Nein. Gib mir den Schlüssel. Nein. Nimm doch deinen. Du schließt doch eh nie ab. Na klar schließe ich ab. Wieso? Was hast du zu verbergen? Was für eine Frage. Schließt du etwa nicht ab? Nö, ich habe nichts zu verbergen. Du glaubst an Geister und schließt deine Tür nicht ab? Nein, Geister öffnen keine Türen, sondern gehen durch Wände, Anton. Okay. Denk mal ein bisschen über Mörder nach. Ja, aber wirklich, ey. Sieh mal. Offenbar wurde noch eine Leiche gefunden. Wow. Du kannst mir doch nicht einfach ein Foto von einer Leiche zeigen. Warn mich wenigstens. Okay. Von vorne. Anton, darf ich dir ein Foto von einer Leiche zeigen? Nein. So wird das nichts, Anton. Na gut. Von mir aus eine Leiche. Okay. Was genau sehe ich mir da an? Das ist einer der vermissten Wanderer. Oh, stimmt. Erinnerst du dich? Klar. Der Teil der Story, der wahr ist. Ja, Ed Benson war sein Name. Er wurde im See ertränkt. Ach, der war das im See. Okay. Wurde ertränkt oder ist ertrunken? Lass doch die Spitzfindigkeiten. Von wegen Spitzfindigkeiten. Wenn er ertrunken ist, war das ohne Fremdeinwirkung. Wenn er ertränkt wurde, dann von jemand anderem. Also, dann habe ich genau das angedeutet, was ich andeuten wollte. Ich habe zwar keine Beweise, aber... Natürlich nicht. Was? Du tust ja so, als hätte ich ständig keine Beweise. Ja, das ist fake. Gut, aber ich glaube wirklich, dass er ertränkt wurde. Okay. Weiß die Polizei was davon? Zählen die Hackettes zu den Verdächtigen? Okay. Okay. Ich mag, wie du dich da reinhängst. Denk mal nach. Die Zeitung schreibt, dass er noch vermisst wird. Aber das Foto zeigt ja wohl, dass er gefunden wurde. Okay. Nicht vermisst, sondern gefunden. Aber... Ja. Warum sollten Sie behaupten, dass er noch vermisst wird? Es ist eine Verschwörung. Es wird vertuscht. Sie stecken alle mit drin. Ich... Wer steckt mit drin? Die Hackettes? Die Hackettes? Die Northkill Gazette? Ich sag dir, ich hab denen nie getraut. Okay, okay. Der Wanderer ist also tot. Aber was ist mit seiner Begleiterin? Anne Radcliffe? Sie wird noch vermisst. Aber wer weiß, wie viele Leichen noch da unten liegen. Ja, die Leiche im Wasser hat mir nie klimatisiert, ne? Also, ich weiß nicht. Das ist nicht grad beweiskräftig. Es tut mir ja leid, dass der Typ ertrunken ist, aber das klingt nach viel Lärm um nichts. Oder vielleicht möglichst wenig Lärm um etwas, das vertuscht werden soll. Hey, verdreh mir bloß nicht die Worte im Mund. Na schön. Weil ich wusste, dass du zweifeln würdest, hab ich noch das hier für dich. Oh, zeigst du mir jetzt endlich Geister-Ektoplasma? Streck mal dein Händchen aus. Ich hab ein Schmuckstück für dich. Was ist es? Gelegte Fotos von der Kamera der Wanderer. Diese Fotos zeigen sie vor Ort in Hackettes Quarry. Und? Vielleicht waren sie ja dort und haben die Kamera verloren. Kommt vor. Ja, sie haben sie verloren, als sie ermordet wurden. Und? Ihr Gepäck wurde auch dort gefunden. Nein, ehrlich? Gibt es davon etwa auch Fake-Fotos? Ach, das waren die... Das Gepäck von Regeln. Gut. Du hast also ein Foto von Gepäck. Das könnte jedem gehören. Es sieht aber so aus wie auf den Kamerafotos. Okay. Und da ist... Also die wurden wahrscheinlich einfach nur von den Wehrwölfen zerfleischt. Und die Family hat die halt den einen ertränkt oder halt die Leiche ins Wasser gepackt, damit nicht rauskommt, dass die getötet worden sind, denke ich mal. Ich zu. Wir müssen uns noch ein bisschen über die Familie Hackett unterhalten. Okay. Das sind die Erben des ganzen Geländes, richtig? Ja. Ihre Ur-Ur-Urgroßeltern waren Fallensteller und haben das Land Anno dazumal abgesteckt. Äh, abgesteckt? Ja, genau. Wie bei der Mondlandung stellten sie ihre Flagge dort auf. Die Flagge der Hackett, okay? Ja. Und offenbar sind sie dann auf Quarzit gestoßen. Quarzit? Ich hab's so gehofft, dass du nachfragst. Lustige Tatsache? Alle Bauten in ganz New York bestehen aus Quarzit. Das wage ich zu bezweifeln. Manche. Aber ich streife ab. Schweifst ab. War Absicht. Also, sie bauten den Steinbruch sehr erfolgreich ab, bis Septimus Hackett, klassischer Bösewichtname, der siebte Sohn der Fallensteller. Die Zahl sieben hat große, mystische Kraft. Ist klar. Die Mine schloss. Okay. Und dann lebten sie nur noch von dem Land? Ja. Du sagst nur. Aber das Gelände umfasst viele Hektar. Ein riesiges Waldgebiet. Jede Menge unerforschte Dunkelheit. Oh, okay. Ein idealer Schlupfwinkel für eine unheimliche Einsiedlerfamilie mit dunklen Geheimnissen. Und damit kommen wir auch schon dem Reich des Paranormalen ein gutes Stück näher. Alles klar. Hektar um Hektar. Dichter Spukwald. Wenn du das sagst. Okay. Wie geil. Da kommt diese Musik. Okay. Wart trotzdem mal die Credits ab. Wir warten trotzdem die Credits ab. Das haben wir so lange schon gewartet. Da kommt bestimmt noch, wie bei Until Dawn, so ein kleines Fitzelchen am Ende, wo wir alle... Ach so. Den haben wir nie lesen dürfen. In Ordnung. Den haben wir nie lesen dürfen. Das ist ja wohl eigentlich mehr dein Ding, aber das kriege ich wohl hin. Ich finde, einen Beweis aus deinem Mund zu hören, verleiht ihm mehr Bedeutung. Schön. Dann lege ich mal los. Omi, wie lange soll das so weitergehen? Ich weiß ja, Familie geht vor. Aber ich will endlich wissen, was hinter dem Wald ist. Weg von diesem beschissenen Haus und dem Camp. Aber das erfahre ich nie, weil wir sind, wer wir sind. Erklären wir es den Leuten doch einfach. Zeigen wir ihnen verdammt nochmal, dass wir nichts dafür können. Ich weiß ja, du willst uns nur beschützen. Aber was ist, wenn du nicht mehr bist? Ich fühle mich, als ob wir in einem dunklen Loch festsitzen. Ich kann kaum schlafen, Omi. Wenn doch, träume ich von dem scheiß Feuer. Wir waren so dumme Kinder. Ich wünschte, es wäre nie passiert. Hab dich lieb. K. Küsschen. Das ist abgefahren. Den durften wir nicht lesen, ne? Das scheiß Feuer. Klingt das etwa nicht nach dem Hilfeschrei einer Person, die etwas gesehen hat, das sie nicht hätte sehen sollen? Ja, das ist echt verstörend. Sie wirkt doch total gequält. Und das hier ist echt? Ich wüsste nicht, wieso man es fälschen sollte. Aber ich kann es auch nicht beweisen. Du musst deine Zweifel einfach mal außen vor lassen. Mann, armes Mädchen. Ja. Da ging irgendwas vor. Etwas nagte schwer an ihr. Und genau das will ich ergründen. Okay. Ich lasse meine Zweifel außen vor. Fürs Erste. Tja, bei dem, was jetzt kommt, dürfte das kein Problem sein. Oh Gott, wieso? Oh Scheiße, eine Unterlassungsanordnung. Adressiert an uns. Wieso hast du mir nichts davon gesagt? Naja, sie wurde nie abgeschickt. Dieser scheiß Clan. Was? Gezeichnet Travis Hackett. Wir machen doch nichts Illegales. Ach nein? Denk doch mal nach. Offiziell wurde sie uns nie zugestellt. Sowas schicken Leute, die Dreck am Stecken haben. Hm. Okay. Und dann ist da noch dieses leere Fiolen-Ding. Leer impliziert für mich, dass sie mal voll war. Ja, genau. Spuren von Blut? War da Blut drin? Sieht so aus. Krass. Irgendein Ritual oder so? Höre ich da einen Hauch Überzeugung? Ich stehe auf Rituale, aber es ist echt scheiße, dass die wissen, wer wir sind. Okay. Anton, ich zeige dir jetzt einen eindeutigen Beweis. Dass du komplett den Verstand verloren hast? In Hackett's Quarry ist etwas Schlimmes passiert. Übernatürlich schlimm. Du erzählst andauernd solchen Mist und es ist immer übertrieben. Man muss eben übertreiben, um etwas zu verkaufen. Nennt sich Kapitalismus. Na klar. Okay. Das sind Bilder von einer der Wildkameras in den Hackett-Wäldern. Oh, cool. Eine Kamera im Wald? Wurde ein Eichhörnchen gesichtet? Ey, wer sie auf dem Mountainbike montiert, wirst du dir das ganze Video reinziehen. Aber sowas von. Geht es um ein Mountainbike? Nein, aber sieh es dir trotzdem an. Okay. Das ist ein Bär? Das soll ein Bär sein? Jetzt noch ein Abspann? Ja, nein. Eben ein Dünnerbär? Sieh hin. So scharfe Bilder von einer solchen Kreatur habe ich noch nie gesehen. Ich finde sie unscharf. Unscharf und überzeugend. Manchmal liegt die Wahrheit einfach zwischen den Zeilen. Wenn du meinst. Aber so ein Video ist super leicht zu fälschen. Die Technologie ist echt mega krass. Okay, aber warum zur Hölle nehmen die Hacketts überhaupt solche Videos auf? Tja, gute Frage. Schräges Video von einem dünnen Bären? Nee, ich lade euch das alles auf meinen Zweitkanal. Verspielt ist genug hoch. Bär? Schon mal einen dünnen Bären gesehen? Ja, ist voll traurig. Die sind doch fett. Ja, Eisbären. Sie finden oft nur schwer, was zu fressen. Nur kein Mitleid. Die sind echt böse. Okay, selbst wenn wir die Hacketts kurz außen vor lassen, ist hier was faul. Bereit für echt gruseligen Scheiß? Ich bin bereit für echten gruseligen Scheiß. Ich bezweifle nur, ob du abliefern kannst. Dreh nur nicht durch. Ich geb mir Mühe. Gut. Willst du meine Hand halten? Nein. Na schön. Soll ich dir tröstend über den Rücken streicheln? Aber wer hat denn die Beweise geschickt? Jetzt drück es schon endlich aus. Wahrscheinlich der Ryan, oder? Du sollst gar nichts machen. Rück einfach raus mit der Sprache. Na schön, was ist das? Was sehen wir uns gerade an? Eine Betreuerin hat dieses Foto geschossen. Emma Mountabank. Stammt von ihrem Handy. Oh mein Gott, ist das echt? Tja, genau das gilt es zu klären. Das ist bearbeitet, oder? Ich meine... Naja, wenn du Fotos von meinem Handy runterlädst, sind die auch bearbeitet. Mit Filtern, die meine Augen größer machen und meine Wangen rosig. Aber das hier ist doch kein Filter. Schau dir die Augen an. So sieht echte Gefahr aus. Ja, seltsam. Was ist da passiert? Mehr als uns verraten wird. Ja. Da ist noch etwas. Okay. Das passiert mit einem Negativfilter. Wow. Alter, was ist das? Na sie, die Hexe von Hackett's Quarry. Der Kreis schließt sich. Nein, halt, warte. Das könnte alles sein. Was denn? Äh... Erklär es mir. Was weiß ich? Wie nennt man es, wenn der Verstand überall Gesichter sieht? Manche Leute... Ich meine, Jesus taucht immer wieder mal auf einer Scheibe Toast auf. Das... Das kann alles Mögliche sein. Deine Frühstücksgewohnheiten sind mir egal. Aber ich fasse es nicht, dass du immer noch zweifelst. Du zweifelst sogar an deinem Zynismus. Du stinkst von Kopf bis Fuß nach Zweifeln. Du brauchst von allem ein Foto, oder? Gut. Hier kommt ein Foto für dich. Nein. Fotos lassen sich fälschen. Er lebt es nicht. Ich... Ich müsste die Hexe von Hackett's Quarry mit meinen eigenen Augen sehen. Okay. Wenn du mit mir nach Northkill willst... Nein, will ich nicht. Ich habe da gute Beziehungen dazu. Okay, ich glaube dir. Na also, weißt du was? Ich hab was, das nicht gefälscht sein kann. Kratzspuren an einer Wand? Depp... Also, kann ich dir auch machen. Echt jetzt? Ähm, gib mir ne Wand und ne Mistgabel und schon geht's rund. Wow. Du bist ein Künstler. Danke. Ich gebe zu, ich würde das nicht als offensichtlich übernatürlich bezeichnen. Könnte ein Wildtier oder nur ein Papagei gewesen sein. Aber wir sollten trotzdem drüber reden. Wieso? Weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine gewisse Länge von unserem Podcast erwarten und wir die Sendezeit manchmal strecken müssen. Ist ein Argument. Wir haben sonst kein Thema. Also, wer auch immer mir das geschickt hat, hielt es für wichtig. Du weißt schon, was das alles nur ein Streich sein könnte. Es war nur ein Streich, Anton. Wie naiv bist du. Da erlaubt sich doch nur irgendein Teenager einen Spaß. Sicher der Spinner, der uns mit nur einem Stern bewertet hat. Ich würde nur zu gern sagen, dass du spinnst. Aber Teenager, die sich über mich lustig machen, kenne ich zur Genüge. Lassen wir das. Was ist hiermit? Ist das nicht einfach nur verdammt gruselig? Ah! Ist das Haut? Haut, Fell, wie auch immer du es nennen magst. Sieht menschlich aus. Ist das ein Tattoo? Ich glaube nicht. Oder vielleicht ein verdammt schlechtes. Warte. Wirklich? Gehört offenbar einer der Kreaturen, die mutmaßlich für alles verantwortlich sind. Okay. Haben wir das Original? Wurde es gefangen? Kann ich es in, ähm, also, kann ich es in, in Fleisch und Blut sehen? Du willst es anfassen? Ich will es anfassen. Tja, wer das geschickt hat, war schlau genug zu wissen, dass es gefährlich wäre, die echten Beweise zu stehlen. Und hatte vermutlich auch Angst, dass du, Anton, sie verschwinden lassen würdest, um meine Nachforschungen zu sabotieren. Weil ich ja auch so oft Beweise vernichte. Praktisch, dass wir das Original nicht sehen können, hm? Jetzt komm schon, du willst doch unbedingt zweifeln. Sind die Zweifel groß genug, dann stimmt es vermutlich nicht. Occam's Rasiermesser. Sieh dir alles nochmal genau an. Setz es zusammen. Objektiv. Also, diese Kids, die überlebt haben. Ja. Wieso behalten sie alles für sich? Kids sind ständig online und, und diese Kids haben tatsächlich was zu sagen. Wieso schweigen sie? Keine Ahnung. Aber jemand behält es nicht für sich. Jemand hat diese Infos gesammelt und an mich geschickt. Aber wissen wir wer? Es könnte auch nur ein Teenager sein, der dich verarscht. Nein, das hat sich bestimmt kein Teenager ausgedacht. Ich glaub, du bist ein Cyberopfer. Das sind sorgfältig zusammengestellte Informationen. Jemand ist in dunkle Tiefen vorgedrungen, hat dieses Material gesammelt und es mir zukommen lassen. Jemand, der clever ist. Geradezu genial. Und es wurde alles vertuscht. Wenn an der Sache etwas Wahres dran ist, bin ich nicht überrascht. Wir wurden kontaktiert, um es zu veröffentlichen. Also, die Kids, die das überlebt haben, leben einfach ihr Leben weiter? Das kommt mir dermaßen seltsam vor, dass ich mich frage, was sie zum Schweigen gebracht hat. Was auch immer geschehen ist. Sie tragen es wie einen Fluch mit sich herum. Du weißt immer noch nicht, wer dir das Zeug geschickt hat? Nein, komplett anonym. Aber die Fotos, wie das alles gesammelt wurde. Wie Beweismittel von einer offiziellen Stelle oder so. Okay, schalt ab. Was, wieso? Wieso hast du mir das verschwiegen? Was, äh, ich rede doch die ganze Zeit davon. Das Zeug ist echt, Grace. Das muss zur Polizei. Okay, dann, dann glaubst du es. Keine Ahnung. Vielleicht? Du glaubst doch nie etwas. Wieso ist es diesmal anders? Weil es langsam Sinn ergibt, okay? Unser Name auf dem Brief. Die vermissten Wanderer. Die Familiengeheimnisse. Das alles zusammen bedeutet doch was. Jemand versucht uns was mitzuteilen? Wir sollten die Aufzeichnung stoppen und uns an die richtigen Stellen wenden. Niemals. Es wird grad spannend. Und wer sagt, dass wir nicht die richtige Stelle sind? Ich sag's. Wir sind nicht die richtige Stelle. Wir haben doch keine moralische Pflicht, diese Beweise weiterzugeben. Äh, doch. Hey, ihr habt mir einen Abspann versprochen. Hm. Naja. Das war ein wunderbares Game. Ich bin sehr angetan. Also ich würde dem Spiel von 1 bis 10 einen neuen geben, weil ich grad diese Vorspulsachen war eigentlich das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, dass man da nochmal die komplette Passage schneiden musste. Das habt ihr jetzt gar nicht so mitbekommen. Ähm, den Abspann fand ich jetzt ein bisschen lang. Aber sonst war das Game Ultrabombe. Von den Storys, der Abwechslung, den Charakteren, der Grafik, den Jumpscares. Ich fand's gut, dass die Quicktime-Events nicht so krass waren. Ich fand's auch cool, dass man Leute wieder retten konnte. Schade, dass die letzten beiden es bei mir nicht geschafft haben. Aber ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Ende bekommen habt. Und was ihr noch so gefunden habt. Ich bin sehr gespannt. Lohnt sich auf jeden Fall, das auf jeden Fall nochmal durchzuspielen. Vielleicht spielen wir das auch echt nochmal durch und lassen einfach mal alle sterben und versuchen wirklich mal alle zu retten. Also wirklich alle, alle. Habt mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die da waren. Lasst einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Ich sag immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und adem mit e. Es war wie immer schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.